Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von auch interessant. Mein Name ist Ali Heckeleif und mit dabei ist 50 Prozent der Sprechkabine Teil der Kulturredaktion des Münchner, der Münchner Abendzeitung Philipp Seidel. Hallo. Hallo, guten Tag. Es freut mich sehr, dass du zugesagt hast. Ich hatte dir das im Vorgespräch ja schon erzählt. Ich höre wirklich lange der Sprechkabine schon zu und entsprechend hatte ich ja auch meine Anfrage formuliert. Also, howdy, Judge Seidel. Ich dachte, damit räumt man schon mal direkt ein paar Punkte ab. Aber für die Leute, die dich nicht kennen und die Sprechkabine fräfelhafterweise bisher noch nicht gehört haben, wer bist du, was machst du? Ja, du hast schon fast 90 Prozent meines Charakters, meiner gesamten Persönlichkeit vorgestellt. Ich bin tatsächlich Kulturredakteur. Also, vor allem bin ich natürlich 50 Prozent der Sprechkabine. Technisch bin ich 1 Prozent der Sprechkabine unseres kleinen, fantastischen, uralten Podcasts, den Timo Hetzel mit mir macht, muss man sagen. Ohne ihn gäbe es keine Verbindung. Wir machen seit ganz vielen Jahren. Ich glaube, haben wir 10? Haben wir echt schon 10-Jähriges gefeiert? Ich glaube, ja. Im September 2014 kam die erste Folge raus. Ich glaube, ich bin wirklich der schlechteste Sprechkabinen-Kenner. Ja, das war nämlich das Italiener-Wochenende damals. Oh ja. Wir haben mit dem Wiesenbeginn hier in München begonnen, unseren Sprechcast, unseren Sprechpodcast, unseren Laberpodcast hier zu machen. Aus München, für München und die Welt. Und Timo Hetzel ist das Mastermind und überhaupt alles dahinter. Und ich bin halt der, der auch ein Mikrofon bekommen hat und hineinspricht. Schon länger, noch länger als die Sprechkabine bin ich Journalist in Landshut, Niederbayern. Zuerst ganz viele Jahre in der Lokalredaktion, in Landshut, in der Stadträdaktion. Und dann überraschend in die Kulturredaktion gekommen. Und überraschend die Kulturredaktion geworden. Heute bin ich 50 Prozent der Kulturredaktion der Landshuter Zeitung Straubinger Tagblatt. Und habe, wo immer ich gehe und stehe, einen Schreibtisch. In Landshut, in München, hier in der Abendzeitung, habe ich so einen Gastplatz, der manchmal frei ist, wenn ich Glück habe. Und dann kann ich dort arbeiten. Und sonst kann ich von zu Hause arbeiten. Ich kann aus dem Hubschrauber arbeiten und habe einen kleinen Flugzeugträger, auf dem ich auch einen Klapptisch habe. Und sonst, ja, sonst brauchst du noch mehr? Ich sollte nichts über mein Seepferdchen sagen, was ich ein bisschen niederschmerzend finde, weil das ist echt so 90 Prozent. Das sind wiederum 90 Prozent. Darauf habe ich sehr viel Selbstbewusstsein. Ja, ohne Seepferdchen lebt sich auf dem Mini-Flugzeugträger ja auch einfach nur sehr gefährlich. Es ist ganz gefährlich. Und in meiner ostholsteinischen Heimat ist das Seepferdchen natürlich ein absolutes Must-Have. Da, wo die Wellen an die Gestade prügeln, da muss man auch einfach fit sein im Wasser. Und deswegen spende ich auch manchmal Geld und Dinge an die DLRG. Ganz wichtige Sache. Und die Seenotretter. Jungs, ich denke an euch, ich habe mal fast so einen Seenotretter-Kreuzer versenkt. Ich glaube nicht, dass ich ihn versenkt hätte. Ich dachte, ich habe schon Angst, dass ich ihn gab. Ich durfte mal so einen fahren und habe ihn so, ich konnte, naja, ich bin kein, ich werde kein Kapitän. Ich kann es dann schon verraten. Und ich habe da irgendwie mit so einem Joystick das Ding steuern sollen, so ein 35 Meter, war das 35 Meter, glaube ich, Seenotretter-Kreuzer und plötzlich legte, ich dachte, passiert nichts, steuere so nach links und nach rechts und plötzlich legt sich das Boot sehr stark auf die Seite. Und ich habe gelernt, es verzögert ein bisschen die Ansprache. Ja, die Ansprache ist ein bisschen verzögert, meinte ich. So rum. Genau. Und das, also wie gesagt, ja, Kulturjournalist bin ich jetzt seit, keine Ahnung, 14 Jahren, glaube ich. Und tobe so ein bisschen Feldwald-Wiesen-mäßig durch die Kulturwelt. Aber ich bin überwiegend so ein Heimkultur-Mensch. Darüber können wir doch drüber sprechen. Ja, ich würde noch kurz eine Station hier einbauen, bei der ich dann doch ein bisschen überrascht war und meinen Bauschern fast nicht traute. Denn Philipp Seidl vertonte zwischendurch ein Video von Philipp Valoulis über das Oktoberfest. Wie kam es dazu? Das weiß ich schon gar nicht mehr, aber ich habe einiges vertont. Wir hatten mal, wir kennen uns vom Radio, Philipp Valoulis und ich. Wir kennen uns vom Radio her, M94.5, das Aus- und Fortbildungsradio hier in München. Und da haben wir uns kennengelernt und wir haben dann ein bisschen Radio gemacht, eine Zeit lang. Die, wie hießen wir? Ach, die Nacht gestalten. Genau, die Nacht gestalten. Das war so eine 14, alle 14 Tage nachts, ein, zwei Stunden, glaube ich, laufende Blah-Comedy-Sendung. Danach haben wir ein bisschen Fernsehen zusammen gemacht. Philipp und Philipp unterhalten sich. Habe ich heute gerade den legendären Oldenburg- und Holstein-Becher ausgemistet auf Instagram, den ich damals habe drucken lassen, denn wir haben das Kaffeetassen-Death-Match dort immer gemacht und mit diesem Becher haben wir uns aber unsere Heimatstädte vorgestellt. Ich glaube, Philipp hatte einen von Postenhofen oder so, Sissi-Schloss, Sissis Wohnzimmer. Und dann, später hat Philipp dann ja eine sagenhafte Show gehabt, diese ganzen Valoulis-Sied-Ferren-Geschichten, Grimme-Preis gefeiert und irgendwie in dieser Zeit war ich, wenn ich mal gelegentlich durchs Studio getapert bin, wurde ich reingesaugt und durfte dann ins Mikrofon Dinge sprechen. Ich habe, glaube ich, so, weiß nicht, zehn Sachen oder sowas vertont. Also es ist gar nicht viel. Die meisten Sachen sind, glaube ich, anders vertont. Aber so kam das. Philipp Valoulis und ich, wir kennen uns auch schon seit ein paarundzwanzig Jahren. Oh Gott, wir sind so alt. Naja, also Respekt dafür. Ich glaube, es besteht die reelle Chance, dass du ihn länger kennst, als es mich gibt. Ich bin 25. Dann ist es knapp. Nee, dann noch nicht. Aber hart. Hart dran. In deiner Biografie, die man online fand, stand, dass du 96 irgendwas studiert hast und so. Philipp Valoulis, genau, das hatte ich hier nur als Punkt, weil das so eine der Sachen war, immer mal wieder an Ordnern, denen ich überhaupt nicht mit dir gerechnet habe, hörte ich auf einmal deine Stimme. Und genauso verlast du mal alte VW-Werbung auf einer Bits und so Sendung. Das wiederum kann man sich erklären, wenn man weiß, dass du und Timo zusammen ja schon eine ganze Weile durch die Weltgeschichte zieht. Also Timo Hetzel, Bits und so und so Versum. Ihr kennt euch aus dem Studium, nehme ich an. Nee, wir kennen uns auch vom Radio tatsächlich. Also das Radio hat uns alle, es hat einen großen, großen Zirkel von Menschen zusammengeführt, die bis heute noch zusammen rumtoben. Und also das Studium an sich war eigentlich ja, aber die Nebensachen im Studium waren so das, was uns dann verbunden hat. Und Timo habe ich auch im Radio kennengelernt. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr kennt euch aus irgendwas mit Amerikanistik oder so. Nein, tatsächlich glaube ich nicht. Wir haben uns dort auch, glaube ich, nie getroffen, sondern wir sind, es ist eine reine Studiobekanntschaft, damals noch in der großartigen, so ein altes Kasernengebäude in der schweren Reiterstraße hier in München, wo inzwischen schon alles plattgewalzt und wieder hochgebaut ist. Und da haben wir uns im Studio getroffen und haben dort, haben wir eigentlich da schon was zusammen gemacht. Ich glaube, wir haben uns, glaube ich, nur dort getroffen. Und dann erst später habe ich dann die unfassbar, erstaunlicherweise immer noch benutzte Bits und so Sachen sagen dürfen. Und das wird ja bis heute noch benutzt. Es hat schon leicht Patina eingesetzt, aber es läuft, ist immer noch das Opener-Ding oder wie das heißt von Bits und so. Und dann haben wir immer mal wieder zusammengearbeitet und ich saß auch manchmal auf der Bühne bei diesen ganz großen Live-Shows. Ja, da habe ich dich auch irgendwann mal wahrgenommen. 2014 war ich bei einer Bits und so Live-Sendung. Und wie gesagt, ich erinnere mich, wie du eine alte VW-Werbung darüber vorliest, dass der Smart so konzeptioniert ist, dass zwei Kisten Bier in den Kofferraum passen. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das waren andere Titbits von woher man sich und dich kennen könnte. Aber ich hatte dich vor allem angefragt wegen deiner Expertise mit dem Kulturjournalismus und der Frage, es gibt einen schier unendlichen Pool an Kultur. Jeden Tag kommen mehr Inhalte online, als wir in mehreren hundert Leben konsumieren könnten. Und jetzt kommt die Frage, wie trifft man da eine Auswahl? Wie kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, Kultur ist nicht nur etwas, woran ich teilhabe, sondern auch etwas, worüber ich anderen berichten möchte? Das ist bei mir, ich muss jetzt mal sofort die Luft hier komplett rausnehmen. Also ich ehre das sehr, mich ehrt das auch sehr, dass du hier das große Fass aufmachst. Und ich kann dir gleich, ich komme gleich mit einem kleinen Bierhumpen an und sage, Servus, weg mal und setze hin. Und jetzt reden wir mal gescheit über Lokal- und Regionaljournalismus. Ich bin ja bei der Landshuter Zeitung und dem Straubinger Tagblatt. Und das heißt, das ist also feinste Lokal- und Regionalzeitung. Und da ist die Auswahl einigermaßen überschaubar. Also wir berichten wenig jetzt aus der weiten Welt des Internets. Ja, dieses ganze Internet, das passt nicht in eine Zeitung hinein. Und deswegen haben wir davon Abstand genommen. Wir berichten dort oder haben sehr, sehr lange. Inzwischen haben wir die Zeit nicht mehr, was so eine fantastische Entwicklung ist. Aber wir haben sehr lange tatsächlich so die Theater vor Ort bedient. Wenn da eine Premiere anstand, sind wir hin, haben vorab noch ein Interview mit dem Regisseur gemacht und dann die Premiere in Kritik. Wir haben unsere Fachleute für die klassische Musik losgeschickt. Und wir haben das Einzige, was so überregional ist, sind natürlich die großen Meldungen. Wenn Hollywood-Menschen sterben, werden wir das vermelden natürlich. Und wenn, Kino ist auch überregional. Und sonst sind wir tatsächlich sehr auf das Regionale beschränkt, weil das natürlich A, das ist, was sonst keiner hat. Das haben wir und sonst vielleicht noch Menschen, die sich dafür interessieren. Und das ist eigentlich so, das ist das Faszinierende. Und da ist die Auswahl einfach relativ leicht gemacht, denn du hast eine Seite und musst alles unterbringen. Wir haben ja kein fettes Kulturpaket, wie es glückliche Zeitungen haben können, sondern wir haben tatsächlich eine Seite Kultur am Tag. Ein paar Sachen haben wir noch in den Lokalredaktionen untergebracht, aber so, dass die wirklich in allen unseren Blättern durchläuft. Das ist eine einzige Seite Kultur. Und da ist es dann schon kuschelig eng, wenn man da so zwei Besprechungen und ein paar Meldungen unterbringt, dann ist die Seite voll und muss zugemacht werden. Und da ist die Auswahl eben leicht. Das wiederum versteht sich. Da die Frage, wie bist du aus Schleswig-Holstein, was ja jetzt nicht gerade direkt um die Ecke ist, dazu gekommen, dann in Bayern Lokaljournalismus zu machen, Lokalkulturjournalismus? Das war, ich habe im Norden noch meinen Zivildienst gemacht, im großartigen Mutter- und Kindkurheim Baltik, in Großenbrode an der Ostsee, also ein paar Meter von meinem Aufwachsort entfernt in Oldenburg. Und dann wollte ich, das ist der Klassiker, irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Werbung machen. Also ich wollte Zeitungen oder irgendwas Journalistisches oder Werbung machen. Nun ist Oldenburg in Holstein ungefähr das, was Tatooine für das Universum ist. Das ist also der Ort, wo Werbung am weitesten entfernt ist. Ich glaube, das Einzige, was ich mit, ich habe im Telefonbuch nachgeschaut, und was hätte ich mit Werbung machen können? Man hätte so Werbeschilder machen können. Also es hätte wohl ein Unternehmen gegeben, wo man mit Werbeschildern, eine Werbeschilder-Produktionsausbildung hätte machen können. Das war aber nicht das, das hatte nicht den Klamour, den ich haben wollte, als ich dachte, ich mache das mit Werbung. Dann wollte ich nicht irgendwie so hier öffentliche Toilette-Schilder designen, sondern irgendwie ein bisschen mehr Glamour. Und das ging in Oldenburg nicht. Und dann bot es sich an, dass ich ein Schlafzimmerchen in Bay, bei Landshut, auf dem Land vor Landshut, im großartigen Ort Gündelkoven ergattern konnte. Und dort konnte ich wohnen. Und Gündelkoven ist auch schwierig, wenn du sagst, ich möchte in die Werbung. Ich wollte den Verdacht äußern, dass der Unterschied zwischen Oldenburg und Gündelkoven könnte überschaubar sein. Es gibt vielleicht etwas weniger Ostsee in Gündelkoven. Ja, es gibt deutlich weniger Ostsee in Gündelkoven. Es ist noch kleiner. Es gibt ein Wirtshaus, glaube ich. Und ich war lange nicht da. Ich bin heute durchgefahren, aber ich war lange nicht vor Ort richtig. Und da ist also mit Werbung noch weniger. Und ich bin dann aber in der Verzweiflung, es gibt hier nichts, was ich machen kann, bin ich dann nach Landshut, habe mich nach Landshut orientiert und mich dort bei der Zeitung beworben. Und wurde dann für ein Praktikum genommen und dann gefragt, ob ich nicht gleich da bleiben möchte. Und dann blieb ich gern. Und das war, also Journalismus ist Lokaljournalismus speziell, ist einfach was Fantastisches. Das ist also, falls jemand sich dafür interessiert, geht immer erst ins Lokale. Das ist das Beste, was man machen kann, weil ihr alles kennenlernt. Aber du wolltest über das Kulturelle sprechen, nicht? Also wir können gerne auch über die Dackelzüchtervereine reden. Aber ich denke ja, das Kulturelle ist etwas, wo man mehr zu erzählen hat. Wobei, wenn du eine wilde Dackelzüchtergeschichte hast, dann immer her damit. Es gibt keine wilden Dackelzüchtergeschichten. Ich bin nur ein Riesenfan der genau dieser kleinen Geschichten. Und ich habe, ich habe in weiß nicht wie viel Dutzend, in ein paar hundert würde ich sagen, keine Ahnung, in zwölf Jahren in unzähligen Jahreshauptversammlungen, JHV im Kalender abgekürzt, gesessen. Weil jeder Verein, Landzug ist nur eine Vereinsstadt, die brummt von Vereinen. Und ich habe sie wirklich alle gesehen. Ich war bei Hühnerzüchtern. Ich war bei, ich glaube Kaninchen nicht, Dackelzüchtern glaube ich auch nicht. Aber Sudeten-Deutsche Landsmannschaft. Ich war bei Handwerkskammer-Sachen. Ich habe wirklich unendlich viele Vereine gesehen. Und es ist spannend. Und wenn man das, ich dachte nach zwei Jahren, jetzt habe ich jeden Termin einmal gemacht. Und die Artikel wiederholen sich auch inhaltlich. Und es ist ja doch nicht so, dass da die Welt neu erfunden wird. Sondern es sind doch sehr viele Regularien, Vorstandwettentlass, der Blablabla, eine kurze Rede vom Vorsitzenden. Und wenn man das hat, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass man denkt, man hat jetzt wirklich alles neu geschrieben, dann fängt der Job erst an. Und dann wird es eigentlich erst spannend, weil dann die menschlichen Geschichten rauskommen. Und dann wird es gut. Aber das nur am Rande. Ich bin ein Fan des Lokaljournalismus. Nur am Rande. Dieses riesige Universum, in das man über Jahre eintauchen könnte. Genau das. Also, wenn du das so erzählst, mit Jahreshauptversammlung, da muss ich, und Bayern, muss ich zwangsläufig daran denken, es gibt von Spiegel TV eine viel zu lang laufende Reportagereihe, wo sie immer so Jagdgesellschaften treffen, die auf ihrer Jahreshauptversammlung dann den Grubersepp dafür küren, dass er wieder am besten auf der Pfeife den Brunftruf eines Hirsch nachmachen konnte. Und das ist so ein bisschen skurril, was Leute für Hobbys haben. Und das ist darum, Vereine und Wettkämpfe und Meisterschaften gibt. Und da kommen Leute aus den Niederlanden und aus Tschechien, um auch mal ein Röhren nachzutröten. Und Spiegel TV begleitet das immer. Und ich denke mir, es ist verrückt, was es so gibt. Und vor meinem inneren Auge sind genau das die Veranstaltungen, auf denen du dann auch gelandet bist. Ja, das war eher so fliegt, Lichttermine, weil die, wie gesagt, sehr, sehr formell sind. Das passiert nicht so wahnsinnig viel. Das ist sehr viel Bürokratie eigentlich. Aber man lernt dort erstens, womit sich Leute beschäftigen. Man lernt, was die Leute antreibt, wofür sie Leidenschaften haben. Und ich mag so Leute, die einfach Leidenschaften haben, die hinter ihrer Funktion, also wir lernen sie meistens als Funktion kennen, da ist der Vorsitzende, bla, bla, bla. Aber wenn die dann anfangen, davon zu reden, warum findest du das denn so toll, Hühner zu züchten, die riesige Füße haben, also so riesige Puschelfüße, Fußpuschel haben. Oder warum findest du es so toll, Kajak zu fahren? Oder was, was meinetwegen auch die Briefmarkenverein, was weiß ich, Kakteenzuchtverein oder sonst irgendwas. Das ist immer gut. Also ich mag so Leute, die für irgendwas brennen. Und das ist übrigens brennen auch ganz fantastisch. Das klang jetzt so, Jahreshauptversammlungen sind nicht alles, was man dort macht. Das ist nur eine Sache, die sofort jeder, der Dackelzucht zu einem ist halt bei jedem sofort in dem Kopf. Aber man lernt eben auch, wie läuft eine Gerichtsverhandlung ab, weil man am Gericht zu tun hat. Man lernt vor allen Dingen, was wahnsinnig spannend ist, was passiert in einer, was passiert im Stadtrat? Wieso läuft so eine Stadtratssitzung ab, die wir großkotzig bei uns Senate nennen? Denn was passiert, keine Ahnung, morgens auf der Frühjahrsduld, was läuft da hinter den Zelten ab, hinter dem Zeltgestänger ab? Und das ist eigentlich das Spannende. Das ist auch das, was ich den Monsien bei der Media School, wo ich hier unterrichten darf, hier in München, auch immer sage, wenn ihr euch irgendwie eingrooven wollt, wie diese Welt funktioniert, dann schaut euch Stadtratssitzungen an und schaut euch eine Gerichtsverhandlung an. Und dann seht ihr, dass es nicht so ist wie in den 90er-Jahren schrillen Gerichtsshows. Waren das die 90er-Jahre? Ich glaube, ja. Ich hatte das Vergnügen, einmal während eines Praktikums in einem Rathaus in einer Stadtratssitzung zu sitzen. Und da ich halt wirklich nur als Beistender, als Zuschauer da war, habe ich das, was die Leute da so in ihren Anträgen erzählt haben, live vor mich hingegoogelt, weil es ein bisschen zäher war als gedacht. Und damals hatte ich noch den vielgeleiteten Idealismus, dass ich dann am Ende dem Bürgermeister eine E-Mail geschrieben habe mit Dingen, die mich verwundert haben, weil sie völlig anders im Internet standen, als dort vorgetragen. Also konkret ging es darum, dass sie wollten eine Straße nach einem Bürger der Stadt benennen. Und dann hatte ich geschaut, wer das so ist und bin auf einem Wikipedia-Titel gelandet. und während die alle so ihre Witze darüber machten, weil der Herr hieß Justine Wunder und dann musste der Herr von der CSU sich auch noch mal erlauben zu sagen, na nicht, dass die Leute jetzt denken, das ist ja Justin Wunderweg, wenn sie die Straße benennen. Und dann guckte ich halt nach und stellte sich raus, ja, der hat schon so in der Gegend gewohnt, aber halt in einem anderen Kaff. Entweder die Wikipedia ist falsch oder der Vortrag von der Frau Müller-Lüdenscheid, die die Straße so benennen möchte, stimmt nicht ganz. Und dann hatte ich im naiven Idealismus dem Bürgermeister halt eine E-Mail geschrieben, also an sein Büro, von wegen, guten Tag, ich mache gerade da und da Praktikum in ihrer IT-Abteilung, das und das ist mir aufgefallen, das müsste man ja vielleicht mal in der Wikipedia anpassen, haben sie da für jemanden freundliche Grüße? Und dann, naja, fand der Bürgermeister das nicht so lustig, dass ich da die Kompetenz dieser Sitzung in Frage gestellt habe. Und dann ging das an den Abteilungsleiter, bei dem ich Praktikum machte, der mir dann freundlich, aber sehr bestimmt mitteilte, dass die Kritik nicht gut angekommen ist und hätte ich das als Arbeitnehmer dort gemacht, dann wäre ich jetzt gekündigt worden. Ein sehr lockeres Haus, ja. Ja, ja, man ist sich freundlich und offen begegnet und hatte eine gelebte Fehlerkultur. Ja. Also ich kenne die Atmosphäre in solchen Sitzungen, aber ich nehme mal an, zu dir kommen sie da nicht und sagen, Herr Seidel, schönes Rennpferd, das sie da haben. Also ich nehme mal an, das, was du darüber berichtest, ist deutlich weniger kontrovers und man sagt dir da nicht, wenn sie das nochmal berichten, Herr Seidel, da müssen sie sich ja nach einem neuen Job umschauen. Nein, das ist noch nicht vorgekommen. Tatsächlich, ich, naja, also ich weiß noch nicht, es muss ja nicht jedes, wir haben, in Oldenburg gibt es auch eine Eichendorffstraße und ich bin relativ sicher, Eichendorff war nie in Oldenburg. Insofern ist, ich bin, sehe das sehr, sehr locker. Man kann einfach aus Verneigung vor Menschen natürlich auch Straßen benennen. Man sollte es halt nicht an sich ziehen. Also man sollte jetzt nicht behaupten, wir haben eigentlich die Eichendorffstraße so genannt, weil ich glaube, 90 Prozent der schönsten, ich habe heute sehr viel 90 Prozent Sache, für einen Großteil des eichendorffischen romantischen Schaffens besingt unser schönes Oldenburg. Dafür haben wir diese Straße so benannt. Das ist, das wäre ein bisschen anmaßend. Aber sonst finde ich es völlig okay, wenn man auch mal so in die Nachbargemeinden übergreift und sagt, ja, er war halt einer aus der Gegend, ah hiesiger, wie wir hier in Bayern sagen. Wie sehr bekommst du bei dem ganzen Lokalgedöns in Bayern mit, dass du nicht Bayer bist? Erstaunlich wenig. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Ich bin hier in Bayern, ich bin mit einigem Herzklopfen hergekommen, weil ich genau das dachte, wie wird das sein, wenn ich mit meiner frisischen, ich sage es mal frisisch, aber mit meiner holsteinischen Mentalität, die keine ist, nach Bayern kommen, ob es da irgendwie krachen würde, ob da irgendwelche Missverständnisse aufkommen, überhaupt nicht. Ich bin derartig herz, also dermaßen herzlich empfangen worden hier und deswegen, ich habe nur, kann nur allerbestes berichten. Also ich hatte auch Glück, dass ich in Landshut gelandet bin. Ich glaube, ich hätte es unsprachlich auf dem Land schwerer, also auf dem wirklichen richtigen Dorfland schwerer gehabt, aber da konnte ich mich dann so ein bisschen rantasten. und ich hatte sehr viele Kollegen, die das Bayerische einfach sehr gepflegt haben und sehr geliebt haben oder noch lieben und pflegen und also die Sprache des Bayerischen und von denen konnte ich lernen. Ich lernte von dem Besten. Ja, auch das in der Sprechkabine von vor zehn Jahren, da entschuldigst du dich immer noch, wenn das Bayerische mit dir durchgeht. Ja. Das hat einen gewissen Charme, vor allem, wie sehr du dir selbst dabei bewusst bist, wenn es schief und krumm ist. Das Interessante ist, ich habe Bohnen jetzt tatsächlich gerade in dieser Jahre, diese ein, zwei Jahre länger in Bayern als in Schleswig-Holstein, was mich den schleswig-holsteinischen Teil in mir unglaublich traurig macht und den Bayern in mir sagen lässt, ich bin halt einer von euch. Servus, ich bin halt einer von euch geworden. und jetzt, ja, ich komme damit irgendwie klar. Es macht Spaß, Bayer zu sein. Joa, mir san mir. Ich finde ja auch so großartig, wenn Timo immer von eurem Häuptling spricht. Also, ich wohne weit weg von Bayern und trotzdem ist Markus Söder auch mein Ministerpräsident, weil er einfach unser aller Ministerpräsident ist. Ja. Also, ja, da kommt man, kommt man schlecht drum rum. Um den Teil nochmal mit der Kultur anzugehen. Ja, bitte, versuch es nochmal. Komm, komm, los. Ich steh hier bereit. Ich steh hier bereit. Judge Seidel hat noch nie einen Kampf verleilt. Judge Seidel hat noch nie über Kultur geredet. Komm, versuch es nochmal. Ja, wenn. Eichhörnchen, 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 ja, bitte, versuch es nochmal. Wenn nachts, wenn nachts das Leuchtsignal des Eichhörnchens am Himmel ist, liegt Philipp im Bett und schläft. Tagsüber sieht man es nicht. Tragisch. Aber im Winter, wenn es früh dunkel wird und man noch zu Tagszeiten das Eichhörnchen im Himmel sieht. Seht, ein Eichhörnchen. Wir müssen handeln. Wir müssen sofort handeln. Das Eichhörnchensignal ist an. Judge Seidel ist wieder unterwegs. Judge Seidel holt das Eichhörnchen-Mobil raus. Es ist ein plüchiges Puschel-Auto. Genau, es ist ein Bonanza-Fahrrad mit einem großen Eichhörnchen-Schweif hinten dran. Ja, genau sowas. Okay, ich komme sofort. Kein Problem. Klingling. Oh nein, der Eichhörnchen ist 10 Kilometer entfernt. Es kann ein bisschen dauern. Der Puschel hält uns wahnsinnig auf. Der frisst eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Ja, immerhin hört man dann keine Windgeräusche im Seidel-Mobil. Man ist völlig umpuschelt. Ja, bitte. So viel zu meinem Versuch, zur Kultur zu kommen. Nee, aber um den, Bogen dann doch nochmal aufzunehmen. Ja. Was würdest du sagen, war deine Qualifikation zu sagen, ich mache jetzt hier Feuilleton, ein Wort, bei dem ich mir immer unsicher bin, ob ich es nicht falsch schreibe? Ja, ich neige auch dazu, das inzwischen Kultur, aber Kulturredaktion zu nennen, weil ich das auch so ein bisschen affig finde. Wir sind hier nun auch keine Zeitung, die riesig hier einen Auf-Welt-Zeitung machen muss. Das ist ganz schön. Und deswegen finde ich es eigentlich auch netter zu sagen, das ist halt der Kulturteil. Ich finde das, wir haben es ja auch wirklich, das als Ressort-Kopf drüberstehen, Feuilleton, aber es ist, ja, eigentlich, es ist halt der Kulturteil. Und das finde ich netter. Feuilleton ist irgendwie ein bisschen schöner insofern, als man dort noch mehr reinstopfen kann, weil eigentlich keiner genau weiß, was es sein soll. Feuilleton kannst du auch mal irgendwas, keine Ahnung, irgendwas wo kann er, ist das ja nicht noch Feuilleton? Also bei Feuilleton habe ich zumindest das Gefühl, eine Eingrenzung, nämlich auf Kultur mit Inhalt, während dem gegenüber, also Kultur ist in der Archäologie alles, was der Mensch gemacht hat. Ja. Und wenn man das ansetzt, dann ist die Zeitung eigentlich von vorne bis hinten und in sich selbst ausschließlich Kultur und nichts anderes. Ja, ja, wir berichten über irgendwelche, ja, selbst der Bericht über sowas wäre ja schon, ja, über Regenwald. Selbst der Bericht über das Wetter ist Kultur, ja, also dementsprechend Feuilleton hat, also es hat ja zumindest einen Nimbus, nämlich dass das so etwas ist, was Leute sich zu Gemüte führen, die sich für distinguiert halten. Und genau den will ich wegmachen. Ja, ich bin überhaupt kein großer Fan von diesem, dieses ganz, von diesem elitären Gedöns, diese, diese ganze elitäre Haltung, das ist ja genau der Grund, das ist ja dieses Image, das die Kulturredaktion immer hat. Und das, aber das will man ja genau nicht. Du möchtest ja eigentlich genau die Leute interessieren dafür, zeigen, Leute, guck mal, wie cool das ist, was hier alles passiert. Deswegen, ich bin auch ein großer Fan des Stadttheaters zum Beispiel. wir haben natürlich jetzt hier, also in München haben wir das Residenztheater, Riesennummer, die Kammerspiele, Riesennummer, Sprechtheater mäßig. Und wir haben in Niederbayern, in Landshutstraubing und dann in Passau, das Landestheater Niederbayern. Und das ist eine klassische Stadttheatergeschichte. Und da wird gerne ein bisschen drauf hinabgeschaut. Aber genau das ist halt der Ort, wo Schüler quasi ihre Lektüre sehen können. Die können sehen, was ist denn, ach, hier ist der Reklamtext, ach, so sieht das auf der Bühne aus. Und aha, da kann man auch ein bisschen rumvariieren. Und so, da schau her. Und das finde ich eigentlich spannend. Deswegen, ich versuche genau, dieses, dieses, elitäre aus dem Föto rauszunehmen. Ich toppe dir deine Sendung gedauert. Alles super, alles super. Ich denke, allein der Teil mit dem Eichhörnchen Mobil ist schon erklärungsbedürftig genug. Den Rest streichen wir einfach, schneiden wir einfach. Ja, also ich denke auch, das wird hier ein gutes Bit für TikTok mit Judge Seid mit dem Eichhörnchen Mobil. Ja, passt. Nein, aber ich habe die, ich bin in der Verlegenheit, dass die mir nächste Theaterstätte, das Bochumer Schauspielhaus ist, was ja doch einen Ruf über die Stadtgrenzen hinaus genießt. Allerdings auch, immer wenn ich da war, hatte ich das Gefühl, es ist entweder die explizite Vorstellung für genau das, was du sagst, nämlich Schüler sehen hier ihre Schulliteratur. Also es war entweder auf die Oberstufe Grundkurs Deutsch ausgerichtet oder es war der große Bruch mit der Erwartung des Publikums. Also ich glaube, ich habe in echt nie mehr nackte Menschen gesehen als im Theater. Ja. Das erste Mal ist das noch überraschend und beim vierten oder fünften Mal, da denken sich dann auch, jo mai, jetzt haben wir auch das, ein nackter, jemand, der auf der Bühne kackt, aber also so, das hebt dann irgendwann nicht mehr so ab, wie man sich das wohl vorgestellt hat. Dementsprechend verstehe ich auch, also vermutlich liegt es auch daran, dass das Bochumer Schauspielhaus sich nochmal explizit vornimmt, dass es etwas ausgefallener sein möchte und den Zuschauer mehr herausfordern. aber ich nehme an, du sitzt ja dann doch, also hoffentlich öfter in Theatervorstellungen als ich. Was zieht dich da rein und was zieht dich da rein, dass du denkst, es sollte andere reinziehen? Ich sitze tatsächlich relativ selten seit fast zwei Jahren im Theater. Junge, ich mache dich fertig, kein Problem. Wir haben seit knapp zwei Jahren. Sind Sie eigentlich der richtige Philipp Seidel? Da gab es ja mehrere. Es gibt viele, es gibt tatsächlich erstaunlich viele Philipp Seidels. Ja, es ist, ja, es ist zu mir gedacht, dass ich das jetzt so enttäuschen muss. Wir, seit zwei Jahren, kommen wir tatsächlich nur noch ganz, ganz selten ins Theater, weil wir, man wüsste, ich müsste jetzt sehr weit ausholen, ich habe sehr lange jetzt so 60, 70, 80 Stunden, ja, 80 selten, aber 70 Stunden relativ lange gemacht, weil ich, das war das Fantastische und gleichzeitig das Fatale, wenn der Beruf und das Leben quasi ineinander übergehen, wenn man so Tag und Nacht an diesem Job arbeitet, weil man ihn einfach fantastisch findet, weil man noch schnell ein Interview vorbereitet mit einem Autor, das macht man natürlich nachts, kann ich nicht, kann ich nicht tagsüber hinsetzen, weil man die Bücher liest. Ich hatte eine Tatort-Kolumne, die ich sehr geliebt habe, die ich nicht mehr machen kann, weil wir nur noch 40 Stunden arbeiten dürfen, wollen, wegen Arbeitszeiterfassung, Dokumentation und blablabla und deswegen habe ich jetzt nur noch die Hälfte der ersten Zeit praktisch zur Verfügung und da fliegt praktisch alles raus, was Spaß macht. Wir sind jetzt da wirklich eine reine Seitenbau und gelegentlich noch was schreiben, aber man weiß nie so genau, wann es dann geschrieben wird, Redaktion und trotzdem und sonst gehe ich auch relativ selten ins Theater, weil ich da so ein zu meinem Feld, weil Wiesenjournalisten sein, gehört es auch, dass ich zum Beispiel eher zur Literatur neige als zum Theater, eher zur Fotografie als zur Malerei und das sind immer so Dinge, die kann man, vieles davon kann man zu Hause machen. Tatort gucke ich natürlich zu Hause. Ich gucke sogar das Dogfest gerne hier zu Hause, wir hatten ja in München das großartige Dogfest, ein Dogfest, Riesenüberraschung, Dokumentationsfilmfestival und Ach, es ging gar nicht um den Hafen oder um Hunde? Na, achso, nein, sehr gut, ich muss jetzt kurz, das hat mich kurz irritiert, Hafen, du siehst, ich bin zu lange in Bayern und zu selten im Norden und selbst das kann man online machen und ich sitze tatsächlich, ich habe sehr, 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 sehr viel Zeit zu Hause verbracht und hier die Sachen gemacht. Das ist die Verschrobenheit, die ich mir gönne und in der Corona-Haupt-Hardcore-Zeit war das ja sowieso schwierig und das hat sich so ein bisschen erhalten, dass ich jetzt viele Sachen mache, die ich hier zu Hause mit einem Buch oder einem Film am Monitor machen kann und ja, und inzwischen ist, wie gesagt, die Halbierung der Arbeits-, der Stundenzahl, in der ich das alles schaffen soll, hat dann dazu geführt, dass ich es erst mal versucht habe, alles unterzubringen, aber irgendwann sagt dann das Herzrasen und die Magenkrämpfe sagen dann, du, es geht nicht, danke, dass du es versuchst, aber du kannst in der halben Zeit nicht die alte Arbeit machen und da kam noch dazu, wir sollten dann noch ein Drittel mehr produzieren und da habe ich dann gesagt, okay, dann eben nicht, habe meine E-Mails geschrieben, liebe Leute, wir können leider nicht mehr kommen, schöne Grüße, haben euch trotzdem lieb und so, jetzt wolltest du aber eine ganz andere Frage beantwortet haben, aber ich habe ein bisschen was erzählt, einfach so, was hier die Praktikanten für mich gescriptet haben, ja. Aber ein Drittel mehr Text war leider nicht drin. Ja. Nein, ist ja überhaupt kein Problem dafür, hat man ja hier unbegrenzte Sendezeit, die vom normalen Programm werden uns hier nicht rausdrängen. Ja, aber was ich fragen wollte ist, was ist es, wo bei dir das Empfinden entsteht, zu sagen, das ist nicht nur Kultur, die ich für mich genieße, sondern das ist Kultur, die unter die Leute muss, also was löst bei dir aus, dass du denkst, das müssen jetzt andere miterleben, das wird ja nicht nur sein, ja, irgendwie muss die Seite voll werden, sondern es wird ja etwas geben, du wirst ja nicht über alles, was du erfährst, berichten, sondern du wirst ja eine Selektion treffen. Ja, natürlich, die Selektion ist aber auch oft so ein bisschen vorgegeben, man folgt, also ich habe die, das darf man jetzt belächeln, wenn du so sehr, sehr wenig Platz hast, wirst du nicht anfangen, allzu viele Verrisse zu machen. Also wenn ich ein Buch lese, das ein Autor aus der Gegend geschrieben hat, was relativ, also es schreiben wahnsinnig viele Leute, Bücher zur Zeit, und wenn ich das ganz, ganz schlimm finde, was manchmal vorkommt, manchmal auch nicht, es gibt auch tolle Sachen, dann werde ich das nicht verreißen, sondern erwähne ich es eher nicht, dann schreibe ich eher, es gibt ein Buch, könnt ihr kaufen hier und darum geht es. Oder man macht ein Interview, das geht auch, um das vorzustellen, denn du musst natürlich ein bisschen was abbilden von dem, was passiert in der, vor der Haustür gewissermaßen, das ist ja unser Job. Eine Ausnahme war, ich habe mal ein Buch verrissen, da ging es um die Ehre, nämlich um meine Ostsee-Ehre, da haben zwei Menschen, glaube ich, haben ein Buch geschrieben und das fand ich so herzlos und so schlimm und da habe ich dann wirklich einen sehr langen Verriss geschrieben und ich musste so ein bisschen an mich halten, also ich habe das, ich mag so dieses, dieses Vernichten nicht, das merke ich auch immer wieder, je älter ich werde und je mehr das Internet und Social Media das Vernichtung vornehmen, desto mehr nehme ich mich zurück und versuche nicht so diese ätzenden, dieses Ätzen, das finde ich sehr anstrengend. Deswegen versuche ich, sowas komplett zu vermeiden. Judge Seidel lässt auch mal fünfe Grade sein und drückt ein Auge zu. Ja, Judge Seidel puschelt auch mal ein Eichhörnchen und sagt, nee, komm, lass die mal machen. Und was, die Auswahl, wie gesagt, die ist relativ festgelegt. Also wir haben die, wir haben eigentlich alles abgedeckt, was zum Beispiel am Theater in Landshut stattfindet. Ja, das ist, wir haben da zwei, es gibt ja zwei Theater, die haben wir eigentlich eine Zeit lang, also bis vor zwei Jahren abgedeckt. Da haben wir eigentlich über jede Premiere berichtet und das kommt alles rein. Das sind quasi die Muss-Sachen. Dafür haben wir dann einige Sachen aus München nicht mitgenommen, weil, naja, wie gesagt, das vor Ort ist das Wichtigere. Ja, das ist das. Ich finde es immer gut, wenn ich, auch wenn ich hier in München bin und hier über Münchner Veranstaltungen lese, ich finde es immer gut, wenn ich weiß, ich könnte, ich lese jetzt was Interessantes und möchte da morgen rein. Ich möchte nicht erst nach New York fliegen müssen, um dort diese ganz tolle Ausstellung zu sehen, sondern ich will, dass die Leute auch damit was anfangen können. Es sei denn, die Besprechung ist so brillant oder so lehrreich, dass der Besuch dieser Ausstellung an sich schon egal ist, weil das so lehrreich war und ich habe so viel gefühlt dabei oder so einen tollen Text gelesen, der so geglänzt hat, dass ich, die Ausstellung war eigentlich egal, aber der Text hat so geglänzt. Auch okay. Finde ich auch okay, aber das kommt seltener vor. Gibt es solche Perlen der Kulturarbeit, bei denen du sagen würdest, der Text ist jetzt vor sieben Jahren hast du darüber berichtet und das ist etwas, woran du dich immer noch selbst misst? Also was würdest du, gibt es da so ein Einhorn, das aus deinem Werk raussticht? Als ich damals den Zauberberg geschrieben habe, da habe ich mir gedacht, das könnte was werden, das bleibt, das wusste ich. Leider hat man das Skript beim Abendessen bei Familie Mann vergessen. Und ja, es ist, die haben es schamlos ausgenutzt. Die hätten einfach anrufen können, Philipp, du hast deine Bladeln hier vergessen. Was ist denn das für ein Tee-Dreck? Da hat der Papa jetzt ein bisschen Tee drüber gossen. Und ich habe, nein, es gibt tatsächlich einige, ich habe sehr, sehr, sehr viele so Glossen geschrieben, also so lustige Comedy-Bits, wie wir lustigen Menschen sagen. Also wir hatten tatsächlich eine tägliche Glosse in Landshut, die, da habe ich wahnsinnig viel geschrieben und da sind so ein paar Sachen ganz okay, also auch heute noch, glaube ich, ganz okay. Und ich habe ein paar, hört man den Krankenwagen? Ja, gut, dass du ihn mit dir hast. Das ist eine der Sachen, wenn Leute Podcasts im Auto hören, dann macht es sie wahnsinnig, wenn auf einmal Sirenen kommen. Ja. Ist übrigens auch eine der Sachen, bei denen ich mich wundere, dass das nicht verboten ist. Ich erinnere mich daran, mit meinem Bruder von einem Museum zurückzufahren und auf einmal kommt im WDR ein Bericht über Höhenrettung in Windrädern und sie haben auch einfach Sirenen eingespielt, völlig unkommentiert und er ist hektisch rechts rangefahren, weil auf einmal kam da eine Sirene im Radio. Das ehrt ihn aber sehr. Ja, also das gerade im Hintergrund, das war bei uns, das war nicht bei euch, aber ja, weiter im Text. Ich hoffe, dass nicht meine Küche brennt oder so, ich kann das nicht, ich sehe noch keine Leiter, die hier hochkommt. Okay, der Westflügel ist ja auch so weit weg, das riecht man ja nicht mehr. Nein, das ist wie beim Dinosaurier, du kannst mir hier die Küche abfackeln und ich kriege es hier nicht mit. Da kommt dann heute Abend wieder Alfred und sagt, Herr Seidel, Sir, Westflügel, es gab wieder einen Brand. Ja. Sagst du, in der Mahagoniküche, wie bedauerlich. Es brennt so schnell nieder, es ist schlimm. Dann liest man davon in der Abendzeitung. Ja, ja, wieder bei Philipp, hey, neues von Philipps Feuerhölle. Ja, nein, überwiegend diese Sachen, die Kolumnen und diese, eigentlich die Kolumnen, also sowohl diese Lokalglossen als auch die Tatortgeschichten, die sind, glaube ich, ganz gut geworden. Und sonst versuche ich immer so ein bisschen nicht so Rampensau zu sein. Es gelingt mir nicht oft, aber gelegentlich gelingt es mir. Also die, wenn Texte so ein bisschen bleiben, dann sind es wahrscheinlich wirklich diese Kolumnen. Ich finde das gut. Ich mag das, mir hat mal jemand gesagt, den ich vor vielen, vielen Jahren getroffen habe, der hat gesagt, er hätte meine, bei ihm im Büro hängt eine Glosse von mir, die ich mal geschrieben habe. Und, also im, ich glaube, das war ein öffentlicher Dienst oder so. Und das fand ich nett. Das finde ich immer schön, wenn eine Zeitung auch solche Sachen bringt, die über den Tag hinaus, also nicht nur aktuell sind, sondern die über den Tag hinaus irgendwie einen literarischen Wert, einen Unterhaltungswert bieten. Und das ist ein bisschen auch mein Bestreben. Ich bin so eine elitäre Sau. Gibt es so journalistische Ideale und, also ich nehme mal an, man hat ein verkitschtes, romantisiertes Bild vom Journalisten a la Rudolf Augstein, sagen was ist, oder Henry Nann, nicht mit einer Sache gemein machen, nicht mal mit einer guten. Das letzte Zitat war nicht von Nannen, sondern von Hans-Joachim Friedrichs. Gibt es so die heroischen Bilder des Journalismus, die du auch siehst, wenn du über deine Arbeit nachdenkst, oder ist das mittlerweile so eingeschliffen in deinem Bereich, da im Kulturbetrieb, dass das, was du machst, zu sehr durch das Format bestimmt wird, als dass man sich jetzt noch selbst da ankreiden würde, große journalistische Arbeit zu leisten. Oder, also es hört sich so ein bisschen an, wie ihr habt eure Formate, die ihr abklappert und die klappert ihr in so einem Umfang ab, dass sie in sich gar nicht so viel Spiel für, das ist ein, ah, habt ihr wieder gesehen, was Seidel geschrieben hat, Leute reißen dem Zeitungsjungen die neueste Ausgabe aus der Hand, oh, der neue Text von Seidel. Das wäre natürlich das Tolle und der Strebenswerte. So sähe meine ideale Zeitung aus, ja, dass sie also wirklich Zeit zum Schreiben haben, wäre für mich toll. Ich würde sowas wirklich gerne machen, dass man sagt, man hat Platz und hat ein bisschen Zeit für so diesen Artikel möchte ich bringen. Es ist nicht der Pflichtteil, sondern den möchte ich einfach bringen. Ich würde darüber gerne mal was schreiben. Aber die Zeit ist bei uns, also jedenfalls in meiner Redaktion leider vorbei. Das wäre aber natürlich toll. Ja, das würde ich, das sind auch so ein paar Debatten, vielleicht jetzt nicht zwingend irgendwelche Habermasshöhen erreichend, aber einfach vor Ort ein paar Sachen bringen. dafür ist aber leider keine Zeit und auch kein Platz, blöderweise. Das wäre schön, wenn wir jeden Tag so eine Art Zeit hätten, mal über eine Sache auch nachzudenken noch und etwas noch ein bisschen. Ja, es ist wirklich... Das klingt negativer als das, was es ist. Also ihr denkt ja trotzdem über das nach, was ihr schreibt, aber ich nehme mal an, das Korsett zu verlassen, die gewohnten Strukturen zu verlassen, ist das was... Da ist wenig Spielraum dafür, sowas zu verlassen, ja. Also weil du halt mit dem Pflichtprogramm schon sehr, sehr ausgelastet bist und ich habe tausend Ideen gehabt, ja. Als ich angefangen habe, sah das alles noch ein bisschen sonniger aus und da hatte ich dann tausend Ideen, wie bringe ich die Kultur ins Internet. Ich hatte wirklich ein paar ganz, glaube ich, auch ganz gut, ganz gut so tragfähige Sachen. Das kann man aber alles vergessen, ja. Für sowas ist überhaupt keine Zeit, nicht mal ansatzweise Zeit und wie gesagt, wir sind eine Zwei-Personen-Redaktion, das heißt mit Wochenenddiensten und Urlaub und auch mal krank sein, blöderweise. Bist du die meiste Zeit alleine und dann freust du dich, wenn du es irgendwie bis zum Abend schaffst, die Seiten zu füllen und keine Dubletten zu produzieren in der Zeitung und dann ist da schon viel gewonnen. Ich hätte natürlich, das wäre toll, wirklich so ein Autorin sein, so ein, andere machen die Arbeit und man selbst kann sich so dann mit den Perlen, den Rosinen, den Eichhörnchen des Journalismus beschäftigen. Das ist aber so ein bisschen schwierig, das ist glaube ich, da musst du dann größere Zeitungen fragen, die dann so 10, 20-köpfige Kulturredaktionen haben. Bei einer Zweiköpfigen kann ich sagen, ja, ja, nee. Also wenn, es bestehen nicht 30 von 40 Wochenstunden daraus, sehr viel rauchend im Park auf- und abzuwandern. Nein, nein, leider nicht, das wäre cool. Also im Park, wir hätten hier genug Parkanlagen in München und ich könnte sehr gut, ich könnte auch so ein paar gute Posen einnehmen, so nachdenkliche Posen, ah, oh, dann die Pfeife, euphorisch, gen Himmel recken, ah, hi, ah, hu, ah, das wäre schön, würde ich auch gerne machen. Wie gesagt, die Posen hätte ich voll drauf, man könnte mich dabei filmen und zum Helden machen, aber da fehlt so ein bisschen der Spielraum. Wäre super. Andererseits bin ich auch ein begeisterter, tut mir leid, Handwerker, ich mag es einfach, ich habe einfach eine Riesenfreude daran, zum Beispiel gute Seiten zu bauen, Seiten, gute Titel zu machen, gut, die Sachen groß raus zu machen, die möglichst von vielen Leuten dann gelesen werden wollen auch. Das ist, dafür habe ich damals extra, tatsächlich extra, Markt- und Werbepsychologie hier studiert in München, jetzt lachen die Münchner, zu Recht, mit zwei Scheinen ist man relativ schnell durch, aber das war mein Nebenfach und ich wollte tatsächlich wissen, wie muss ich eine Seite bauen, damit möglichst viele Leute das cool finden, wie muss ich einen Titel bauen, damit möglichst viele Leute auf den anspringen und so. Aber ich treffe das schon wieder ins Handwerk mit da. Alles super, also ich finde das ja auch durchaus interessant, zumal ich hatte mich mal gefragt, also ich habe ein großes Fable für die alten Hefte vom Spiegel, so man kann im Spiegelarchiv 60er, 70er Jahre Spiegel lesen und erstmal die Werbung damals geht auf einem völlig anderen Level steil, also eine Werbung, die ich auch hier im Podcast schon mal zitierte, da warb Goloa damit, dass man eine Stange Kippen gewinnen kann, wenn man auf folgenden Satz den besten Witz antworten könnte, und zwar war die Frage, warum sollten sie ihrer Frau nie widersprechen und gewonnen hat, stand klein auf dem Kopf gedruckt, weil sie es früher oder später von selbst tut. Und ich habe gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, und das haben wir gedacht, das beschreibt unsere Zigaretten richtig gut, das lesen Leute und denken sich, ich erst mal eine Goloa, oder so schön, was hat der Geschäftsmann von Welt, er hat natürlich diesen kleinen Minikühlschrank, damit er seinen Gästen eiskalte Getränke anbieten kann, also völlig Bananezeug, was halt so im Spiegel der 60er und 70er Jahre wirbt, aber da hatte ich mich irgendwann mal gefragt, warum sind schon damals die Dinge in so kompakten in kompakten Zeilen gedruckt worden, also warum ist die Zeile immer nur so und so viele Zentimeter lang, und bin dann in dieses Rabbit Hole gefallen, mit schon angefangen bei den Sumerern und der Keilschrift und den also Kunai-Form Keilschrift, die sie in Klee gedrückt, Klee, in Lehm, in Ton gedruckt haben, da gab es eine bestimmte Zeilenlänge, weil man irgendwann sonst, also wir haben ja zwei Augen, mit denen wir stereoskopisch schauen und wenn die Zeile nicht zu lang ist, dann kannst du das Ende der Zeile mit dem einen Augen sehen und mit dem anderen Ende schon wieder den Anfang der nächsten Zeile, ohne dass dabei der Lesefluss unterbrochen wird. Und das war so eine der Sachen, die mich total geflasht hat, dass es einen Grund dafür gibt, warum die Zeilen nicht über die ganze Länge der Seite gehen, sondern immer in ihren bestimmten, ja im Prinzip Smartphone-breiten Textblöcken geschrieben wurden. Also ja, ich kann die Faszination für die Psychologie dahinter definitiv verstehen. Wir haben das damals, das hat Gutenberg auch schon richtig gesagt, ich mache das so, dass es Smartphone-breit ist. Er hat schon sehr vorausgedacht, das wurde lange unterschätzt. Ja, lass es uns Smartphone-breit machen. Nein, das ist richtig, diese Kolumne, diese Spalten-Geschichte, das ist schon eine sehr gute Lesehilfe. Ich wollte sagen Spaltmaß, aber so heißt das beim Auto und ja, die wenigsten Leute wissen ja, das Smartphone hat sich im 15. Jahrhundert nicht durchsetzen können, weil der Mobilfunkausbau so schlecht war. Ja. Ja, das kam dann erst später. Ja, aber eine gute Seite bauen, wie sehr blutet dir das Herz, dass ihr vermutlich vor allem gegen Dinge wie Listicles konkurriert? Mir, also ich konkurriere mit einem, mit den Sachen, die ich so mache, glaube ich nicht, das Riesenproblem. Also ich hoffe, dass ich damit nicht konkurriere, meine Zeitung. Und die Leute mal kurz ins Boot holen, ein Listicle, dass es diese zehn Gründe haben Philipp Seidel zur Zeitung gebracht. Grund sieben wird dich schockieren. Das sind, genau, also du meinst, wie sehr mich diese Online-Kurzfassung peinigt oder meinst du das Boulevardesque auch im Print? Das Boulevardesque gab es ja schon vorher, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem der Online-Journalismus nochmal ein, also was Qualität angeht, mächtig zurückgeschraubt wurde in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren. Und also ich habe das Gefühl, die Transformation vieler Verlage hin zum Digitalen hat vor allem bedeutet, dass man sich von Inhalten verabschiedet hat. Ich habe das Gefühl, guter Journalismus lebt von einem Ruf von vor vielen Jahren und hat da, also es gibt noch so dieses Echo der Vergangenheit, weil vieles von dem, was sich heute halt so im Tagesgeschäft klicken soll, sind Dinge, die Aufmerksamkeit fangen und das nicht unbedingt wegen ihrem guten Inhalt. Deswegen verstehe ich auch die Faszination für gute Schlagzeilen. Gute Schlagzeilen begleiten auch mich als Leser ja mitunter noch über Jahre, aber dein Konkurrenzdruck ist ja, dass es immer einfacher geworden ist, zu publizieren und entsprechend auch immer mehr Quatsch publiziert. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist, jetzt kommen wieder die Ideale, das ist das, was läuft, natürlich, diese ganzen sehr künstlich raufge-gesten, klickbaren Dinge, obwohl der oft ganz normale Journalismus dahinter steckt. Also die Geschichten, die wir schreiben, sind, glaube ich, gut. Also die Zeit wird knapper. Man merkt das, glaube ich, auch den Artikeln bisweilen an, aber die Geschichten sind eigentlich gut und ich glaube, dass man sich auf die, also gerade auch da wieder im Lokalen, glaube ich, viel mehr konzentrieren sollte, viel mehr sagen könnte, pass mal auf, wir haben hier Geschichten, die findet ihr nirgends sonst und die müssen wir eigentlich viel besser verkaufen und zwar, ich glaube auch weniger über dieses Rowdy-Tum, denn mit dem wirst du dich nicht lange gemein machen können. Also du wirst diesen Konkurrenzkampf relativ schnell in absehbarer Zeit verlieren, aber ich bin jetzt absolut kein Online-Kenner, deswegen halte ich mich aus allzu großen Worten raus. Ich glaube nur, dass die Texte an sich, die werden wir auch irgendwann verkaufen und wenn du diesen Krawall, diese Krawall-Titelung machst, hinter denen aber ganz normale Geschichten sind, die toll sind zu lesen, aber die mit diesem Krawall gar nicht einhalten, dann diesen Kampf wird man glaube ich verlieren, denn da sind andere krawalliger, als man es selbst jemals sein könnte. Ich glaube, dass man einfach sagen kann, vor allem wenn man daraus Erlöse erzielen will, also sprich, wir wollen euer Geld, so wie wir euer Geld auch für die Print-Zeitung haben wollten, dass einfach saubere, saubere Geschichten aus der Gegend gebracht werden, die du anders nicht hast und anderswo nicht hast. Da ist das Empöte-Tor zum Beispiel wieder schwierig, wenn wir irgendwelche Filmkritiken bringen, online interessiert das keine Sau, weil das kriegst du aus 80 anderen Quellen auch zusammen, aber alles, was eben wirklich nur vor Ort stattfindet, das kriegst du halt nur dort und dafür kann man auch dann Geld verlangen und diese 10 Gründe und der letzte würde ich schockieren, auf das falle ich ja auch gelegentlich noch rein oder bin es noch, inzwischen gerade nervt es mich wahnsinnig, ich weiß nicht, aber in den ersten, in meinen ersten ungelenkten Bewegungen durch diese Social-Media-Welt, die ich relativ spät betreten habe und jetzt beherrsche wir, ich finde der Mozart, der Social-Media-Welt. Im Prinzip, der Mark Zuckerberg von Instagram nach Mark Zuckerberg ist Philipp Seidel. Ja, und dann lange nichts. Ja, da kommt lange nichts. Also deswegen, ich würde jetzt gerne so ein paar coole Ausdrücke auch hier raushauen, aber ich habe tatsächlich ganz wenig Ahnung davon, wie ich das vorhin, diese Online-Verarbeitung der ganzen Sachen, weil ich tatsächlich ein Printfetisch ist bin. Ja, ich bin ein totaler Print, bin völlig printfixiert und ich glaube, dass diese coole Zeitung, wenn sie sehr, also aus Zeitung kann man noch viel mehr rausholen und gerade die lokale Zeitung, die Regionalzeitung könnten noch viel mehr machen und ich versuche das immer, deswegen bin ich auch so ein Layout-Mensch geworden, weil du einfach über das Layout eine coole gemachte Zeitungsseite, die ist einfach, da willst du einfach hinschauen, weil das irgendwas Geiles ist, weil du entweder einen super Titel hast, aber du wolltest über Online reden, ne? Ich merke das schon, ich merke diese Unruhe, ich spüre das, ich spüre, du wolltest irgendwas Cooles über Online hören. Also, Judge Seidel, das ist, da bin ich flexibel, aber während du von Layout sprachst, musste ich daran denken, ich verfolge, also, es gibt ja so Dinge, die sind nicht gut und genau deswegen schaut man dorthin und wir haben hier den, ja, also Konträrfaszination nannt es Roger Wilmsen und ich beobachte mit einer gewissen Konträrfaszination Radio Bochum, die viel zu klein sind, Teil der Funke-Mediengruppe und es fühlt sich so ein bisschen an, als würden das zwei Schülerpraktikanten machen und die hatten nach der Europawahl zum Beispiel auch die Wahlergebnisse reportiert, die man halt überall in guten Grafiken sehen konnte, also so Spiegel Online, ARD, ZDF haben alle für viele 10.000, 100.000 Euro tolle Grafiken dazu basteln lassen, dass man die Wahlergebnisse gut sehen und dynamisch einordnen kann und dann kommt Radio Bochum und hat eine Grafik über die Wahlergebnisse, wo sie einfach die Standardfarben, die für die Balken von Excel verteilt wurden, weiterhin genommen haben, weshalb alle Parteien mit völlig falschen Farben dargestellt waren und es war wirklich eine Freude zu sehen, dass die CDU mit einem Magenta-Rot dargestellt war. Ja. Dementsprechend, wenn du jetzt darüber redest, Layout, Online-Journalismus, da muss ich zweifelig an mein neues Pet-Peef denken, das ist Radio Bochum, wenn sie über regionale Dinge berichten. Tja, aber es ist schon eine Kunst und es ist auch eine Kunst, das nicht gut zu machen. Ja, also die Frage ist, können die das nicht oder ist einfach gar nicht genug Personal da? Das ist so ein bisschen das Schwierige. Ich hänge ja sehr zwischen diesen beiden Zeitungen und die Unterschiede sind einfach krass. Wenn du genug Leute hast, dann kannst du natürlich viel, viel mehr stemmen, was man anderswo gar nicht schaffen kann. Und ich habe, als ich damals zur Abendzeitung gekommen bin, das hat mich total geflasht, weil die einfach mit tausend Ideen gekommen sind, dieses Thema kann man doch auch so aufarbeiten und dieses Buch kann man mal so besprechen und dass diese anderen Herangehensweisen und die auch umsetzen, das war schon, war großartig. Das hat mich wirklich komplett umgehauen. Und ein paar Experimente, die ich vorher schon gerne gemacht habe, die waren dann einfach auch plötzlich möglich. Und ja klar, mach mal, das ist so völlig cool, dass wir neue Sachen ausprobieren. Und ja, diese Euphorie würde ich jetzt gerne auch in die Online-Welt bringen und Kultur ist aber immer schwer. Kultur ist nicht so, also wenn du klassische Kultur ins Internet bringst, dann löst du so ein internetweites Scannen aus. Also das gehört nicht zu den Dingen, wo die Leute jetzt sagen, hast du schon diese Theaterkritik geklickt? Das ist nicht, dass du was fetzt. Das stimmt. Du machst eben so einen Titel drüber. Hier, du kannst, Bochum, schönes Beispiel. Du kannst natürlich ein Bild machen, zehn nackte Frauen oder zehn nackte Menschen, die irgendwie in Öl sich suhlen auf der Bochumer Schauspielbühle. Das würde vermutlich wieder einige Aufmerksamkeit ziehen. Aber das soll doch nicht unser Weg sein. Das ist doch nicht unser Weg. muss dann für Tontal aber etwas heißen wie Bochum hautnah oder Bochum Gänsehaut. Dann viel zu nah Aufnahmen davon. Aber ja, ich verstehe das, dass man vor allem online konkurriert gegen vor allem Bewegtbild und ja, da auch die Frage, wie sehr kann man mit der Zeit gehen, ohne mit der Zeit gehen zu müssen? Also wie sehr passt man sich dem Online-Format an, dass man multimedialer wird und wie sehr ist das genau dann der Verrat am eigentlichen Produkt? Also siehst du dich auch in Zukunft weiterhin Texte schreiben oder sehen wir bald Philipp Seidel, der uns auf TikTok erklärt, welche brillanten Tricks es gibt, um Eichhörnchen im Park anzulocken? Oder zehn Tricks, wie die Mörder im Krimi die Kommissare narrten. In meiner Idealwelt siehst du beides? Ja, weil ich schreibe, also Texte schreiben gehört, das ist fantastisch, ich liebe das sehr. Im Idealfall siehst du aber auch natürlich das Ganze anders auch aufbereitet und die Kultur muss man glaube ich anders aufbereiten, weil das, wie gesagt, diese normalen Artikel, wenn du jetzt nicht gerade Massenveranstaltungen hast, also irgendwelche hier die Olympiastadion und Konzerte, dann ist es, das ist einfach nichts, was im Internet besonders abfetzt. Es sind zwar alles Tadellose, ein super Artikel, über die Qualität und auch die Kennerschaft ist überhaupt nichts dran zu rütteln, das sind super Leute, die super Sachen schreiben, aber das wollen Kulturleute einfach offenbar im Internet nicht so lesen. Ich weiß nicht, das ist aber so ein allgemeines Phänomen, wir haben glaube ich auch erstaunlicherweise in der Kultur ganz selten irgendwelche großen Diskussionen oder so, sondern ich glaube Kulturleute sind einfach, ist meine ideale Welt, die Leute sind einfach gewohnt, dass viele Meinungen nebeneinander existieren und die sehen das entspannt. Also ich habe sehr, sehr wenig Stress mit irgendwelchen Shitstormern oder sonst irgendwas und auch untereinander glaube ich sind Kulturleute, Kulturkonsumenten eher ein entspanntes Völkchen. Wie verhält es sich generell mit dem Rückkanal? Also du sendest ja mit der Zeitung in die Welt heraus, aber wie viel kommt dann wieder herein? Wie viele Leserbriefe gibt es? Schicken Leute wütende Postkarten oder? Ein wütendes Hax erreicht und hier es glüht rot. Wie gehen es mit den ganzen Care-Paketen und der Unterwäsche um, die ihnen geschickt wird? Ja, ich habe, es ist, es gibt relativ wenig, was uns so erreicht. Es kommen manchmal aber zu sehr netten Begegnungen oder sehr netten Austauschsituationen, wenn sich zufällig irgendwas ergibt. wenn mal, also eine der nettesten Sachen war mal, da hatten wir noch Zeit, da hat jemand angerufen oder hat, glaube ich, geschrieben, hallo Herr Seidel, wir sitzen hier, wir machen auch so, meine Redaktion darf auch eine Kurzweil-Seite machen, also eine Rätsel-Seite und da gibt es diese Bilder, hier, auf diesem Bild hat unser Maler zehn Unterschiede sich einschleichen lassen, finden Sie die. und diese Leute haben irgendwie nur neun Unterschiede gefunden und ich mache natürlich jetzt nicht jeden Tag, jede Woche kommen die raus, ich mache nicht jede Woche diese Rätsel alle durch und gucke, passen die auch alle und dann habe ich mich, das war ein sehr freundlicher, sehr freundliche E-Mail, also Herr Seidel, wir saßen jetzt hier mit der ganzen Familie und wir haben, ich glaube, drei Stunden lang mit vier Leuten oder so geschaut, wir finden diesen zehnten Fehler nicht und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich eine halbe Stunde auf diese Seite gestarrt und habe okay, pass auf, das war sehr lustig und ich habe dann diesen zehnten Fehler tatsächlich gefunden und Respekt den Applaus wollte ich gar nicht sondern es geht nur darum es gab ihn und ich konnte mir damals tatsächlich die Zeit nehmen eine halbe Stunde lang diese Leser Anfrage zu bearbeiten und habe dann den zurückgeschrieben und habe ja, ich habe auch lange, lange, lange eine halbe Stunde gesucht und blablabla aber hier haben sie da schauen sie da ist dieser Fehler und da haben sie total nett zurückgeschrieben und wir haben uns dann noch ein, zwei Mal hin und her geschrieben und es war einfach sowas finde ich total nett wenn quasi die Zeitung auch zeigt dahinter sind Menschen und keine irgendwelche komischen diese Antwort wurde KI generiert viel Spaß und das sind immer gute Momente es kommt also gelegentlich vor dass wenn Menschen mich halbwegs freundlich anschreiben dann schreibe ich auch wirklich freundlich zurück und da kommen ganz oft nette hin und her Schreibungen heraus wie ich mal in einem ganz elegant formulierten Satz sagen möchte das mit den automatischen Antworten ist mir wirklich ein Graus ich benutze ich lese sehr viel Spiegel Online und ich benutze öfter auch das Feature dass man sich die KI Texte anhören kann also die KI hat sprachsynthetisch den Text eingelesen und das Problem ist dass sie das für alle Artikel standardmäßig generieren aber niemanden hinsetzen der sich diesen Text anhört und das ist oft so krudes Zeug bei weil die Sprachsynthese halt nicht fehlerfrei ist und also ich schreibe dann da auch immer E-Mails weil ich mir denke als jemand der selbst schon mit Sprachsynthese Texte erzeugt hat ist mir bewusst wie das passieren konnte und die müssen halt nur in dem Satz sagen generier den nochmal neu und die generierte Datei dann hochladen und also teilweise grobe Fehler ich hörte etwas über den RAF Terroristen Ulrich Meinhoff und lupfte dann noch eine Braue weil ich gar nicht wusste dass es neben meiner Ulrike auch einen Ulrich gab ja Ulle war einer ja Ulle war noch mehr im Untergrund als die anderen ja und genau niemand war so sehr im Untergrund wie Ulrich Meinhoff dann schrieb ich das und bekam halt die Standard Auto E-Mail danke für ihre Rückmeldung bla blups wir haben das da mal geschreddert und bis heute hat sich nichts daran geändert wo ich mir denke dann können sie das Formular sich eigentlich auch klemmen wenn es kein kein Ergebnis bedeutet und auch schlimm sind Tippfehler bei denen ich mir dann immer denke also ich selbst mache sie am laufenden Band aber niemand bezahlt mich für das was ich schreibe und dementsprechend ist meine Erwartung dass wenn so eine Redaktion einen Text rausgibt der ja doch hoffentlich mal ein Computer reingeschaut hat ob die Worte die da stehen auch Worte sind die die deutsche Sprache kennt und oft ist dem ja nicht so also ich habe das Gefühl vor allem wenn man frisch erschienen Artikel liest dann ist da immer irgendwo ein ein Quirk ein etwas Lustiges zu miträtseln was hat er wohl gemeint als er das e und das er in diesem Wort vertauscht hat und wie ist das bei euch deine Texte die du schreibst guckt da der Kollege Computer nochmal rein oder schreibt man es einfach fehlerfrei Kollege Computer das ist diese wunderbare Formulierung die ich in einem 90er Jahre Buch mal fand Timor erzählte glaube ich 90er Jahre Computerbuch das er mal gerettet hat und von dem er sich nicht trennen kann sehr schön ja bei uns war es auch in so frühen Journalismus Büchern aus meiner frühen Zeit lohnt sich die Anschaffung eines privaten Computers ja und auch im Studium war es dann so mit ja egal ich drifte ab bei uns ja wir haben das natürlich Rechtschreibung drüber laufen wir sind wenn wir zur Zeit sind lesen wir unsere Texte gegenseitig Korrektur was oft gut ist muss man sagen wir versuchen natürlich auch so fehlerfrei zu arbeiten aber wenn es hektisch wird dann kommt es auch leider vor dass ich Texte nicht mehr ernsthaft nochmal lese also wenn ich auch so fremd übernommene Texte die eigentlich auch schon mal gelesen sein sollten oder könnten passiert ja und im Idealfall lesen wir aber beide haben immer vier Augen die Texte gelesen also vor allem die selbstgeschriebenen das ist immer sehr peinlich wenn im eigenen Text also wenn der Name daneben steht dann sollte man da auch einigermaßen dahinter stehen können was man da so veröffentlicht und ja den Tippfehler einfach heimlich in den Namen einbauen dass die Leute sich fragen dieser Philipp Seifel wer ist das denn ja Philipp Seifel ist einer der ganz großen ja genau einfach so okay bin ich ab heute eben Philipp Seifel ist mir doch wurscht also mein Charakter ist da nicht so hängt nicht an meinem Namen ja ist dir da schon mal ein grober Schnitzer passiert hast du schon mal ein Lorem Ipsum vom Seiteseitzen mit veröffentlicht oder das glaube ich nicht da bin ich immer stolz drauf ich finde es immer beruhigend wenn ich sehe dass auch den ganz großen Zeitungen sowas passiert die zum Beispiel dann Titel also die haben zwei Artikel übereinander und haben aber die Titelköpfe die Titel vertauscht von beiden also da steht dann Titel vom Artikel 1 über dem Artikel 2 und andersrum das ist mir noch nicht glaube ich passiert oder die Leute haben taktvoll geschwiegen aber natürlich ich habe in manchen Artikeln einfach faktische Fehler gehabt und sowas ist mir dann peinlich vor allem wenn das eigentlich so meine Sachen sind bei denen ich mich auskenne und wo einfach nur irgendwie die Zeit nicht gereicht hat in Ruhe nochmal über einen Artikel über einen Absatz rüber zu gehen das ist immer sehr ärgerlich und in der Regel korrigieren wir das dann auch in der nächsten Ausgabe wenn uns sowas Blödes passiert also klar ein fehlendes Komma da kommt jetzt kein Korrekturartikel aber wenn irgendwelche Namen verdreht sind oder so das versuche ich dann immer mit so einem charmanten kurzen Artikel wieder einzufangen und zu sagen nee da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen wie wir dann schelmisch sagen wie wir schelmisch natürlich nicht sagen das ist ja was andere Journalisten also der Paul Ronsheimer und Thilo Jung die berichteten darüber dass wenn sie etwas gelernt haben in der lokal journalistischen Arbeit dann Namen sehr genau zu notieren wenn Leute sie sagen und auch im Zweifel noch zwei oder dreimal nachzufragen obwohl man glaubt man hat es gehört denn wenig vergrätzt die Stimmung mehr als wenn man den Präsidenten des Dackelzüchtervereins falsch geschrieben hat denn der wird den Artikel über sich nicht nur lesen sondern auch all seinen Freunden geben und da möchte man dann doch korrekter als korrekt sein ja Namen sind immer eine ganz heilige Sache die sind aber besonders peinlich und Namen erkennt auch ein Rechtschreibprogramm nicht zwingend als falsch wir können ja auch einfach originell sein aber da ja klar Namen sind immer großes Ding aber auch sonst ist es aber peinlich wenn so offensichtlich viele da sind das ist das möchte man nicht und deswegen immer schön nochmal Korrektur lesen wo immer es geht gerade hatte ich einen Gedanken jetzt entfiel aber das ist auch gar nicht so dramatisch wo denkst du geht das weiterhin also wir sehen ja dass zum Beispiel Springer hat nennenswert Journalisten entlassen weil aus diesen inhaltlichen Stichpunkten ein Text gießen den Leute lesen jetzt weiß ich meine Frage übrigens wieder aus Punkten ein Text gießen das kann mittlerweile Kollege Computer mit der künstlichen Intelligenz gut genug wie sehr kann eure Redaktion sich noch erlauben anstatt auf künstliche Intelligenz auf natürliche Dummheit zu setzen und wie gefährdet siehst du dich in dem was du da tust dass demnächst einer von euch die Texte des anderen einfach aus dem aus dem Wortgenerator generieren kann das ist ich glaube in der Kultur es gibt im Nachrichtengeschäft ist es glaube ich was anderes aber in der Kultur ist ich werde jetzt keine KI über ein Buch über einen Text jagen und sagen was ist deine Meinung dazu was empfindest du liebe KI dabei wenn du im Theater säßest und folgendes säest was empfindest du wie gut ist das für dich das ist glaube ich in der Kultur nicht so das Riesenthema weil naja KI ist halt eine Meinungssache dahinter steckt halt ein Mensch und der sagt seine Meinung zu etwas und das ist glaube ich durch KI ist nicht zwingend gefährdet aber natürlich alles was mit Meldungen zu tun hat das ganz normale Nachrichtending das kann man wahrscheinlich irgendwann mit oder kannst du jetzt ja schon mit irgendwelchen KI-Gedöns lösen aber ich benutze zum Beispiel gar nicht weil die Meldungen bei uns relativ wenigen also der Anteil ist relativ gering diese Meldung die meisten kannst du sowieso kriegst du sowieso irgendwie mit und man muss dann nicht mehr jedes Gedöns was auf dem Planeten passiert vermeldet in zwölf Zeilen zwanzig Zeilen und also da ja aber die Meinung genau das was eben die Kultur für mich ausmacht nämlich ein Mensch sieht sich etwas an hört etwas liest etwas und sagt dann seine Meinung dazu das kann KI hoffentlich noch nicht so machen also ich denke ich möchte keine KI neben mir im TV-Aler-Sitzen haben machen sie die KI weg ich denke nicht dass die KI vollständig die Abteilung entsetzt aber was ja durchaus gut vorstellbar ist dass sie nennenswert Menschen in ihrer Arbeit optimiert sodass einer deutlich mehr Textleistung aufs Parkett legen kann also was ja mir ist das zum Beispiel passiert ich habe dieses Jahr Dostoyevsky für mich entdeckt und es passiert mir dass ich das Buch zuklappe und auf der letzten Seite überhaupt keine Ahnung mehr habe wie im ersten Drittel die Protagonisten hießen weil die alle so unregulösische Namen haben und jetzt auch wieder 600 Seiten zwischen mir und ihnen liegen und nach so etwas dann der KI zu sagen gib mir eine Liste aller Charaktere die vorkommen und der Beziehung in der sie zueinander stehen hier ist das Buch schwupps und dadurch dann einfach eine Leistung zu haben die man sonst minutiös mit Post-its und Notizsammlungen erarbeitet hätte haben müssen das ist natürlich etwas was dann auch die Arbeit über so ein Buch zu arbeiten deutlich zeiteffizienter macht und wo ich mir auch durchaus denken kann dass man sagt ich bin in der Lage völlig frei von Notizen in der Hängematte das Buch zu lesen und danach der KI zu sagen bitte nochmal die Plotline aus dem Buch zusammenfassen und die wichtigen Eckpunkte der Kapitel sodass ich eine Zusammenfassung habe die man sonst in Stunden an Arbeit hätte parallel schreiben müssen das ist ja durchaus etwas was auch in eurem Arbeitsalltag durchaus als optimierendes Element eingreifen könnte ja ja also bei mir sehe ich das nicht so dran also so als als Unterstützungshilfe vielleicht schon aber das ist dann eher quasi in der vor veröffentlichten Form also das ist vielleicht so eine das ist das was wir jetzt natürlich auch gelegentlich schon machen in Lexika in Wikipedia sonst was nachgucken warum ging es nochmal genau sag mir mal in fünf Sätzen genau das klar mache ich manchmal auch das ist das klassische Vorwort ich habe mich im Studium durch diverse Vorwortlesungen durch also in der Abschlussprüfung gut vorbereitet indem ich einfach nur Vorworte von großen Arbeiten gelesen habe und dann wusste ich schon grob in welche Richtung das geht und das war eine gute Vorbereitung und aber sonst ist es bei uns also klar nochmal eine Zusammenfassung geben lassen aber ehrlich gesagt ich bin immer sobald Leute von Effizienz und Optimierung sprechen bin ich raus ja sobald auch Leute von Content reden nennen mich einen Träumer aber ich bin nicht der Einzige und ich weiß ich bin nicht der Einzige Träumer auf dieser Welt und nein ich sobald das so sobald Artikel zu Content werden dann drehe ich mich ab und weine bitterlich ich weiß es wird irgendwann ein bisschen mehr KI dabei sein ich glaube in der Kultur wird es relativ wenig bleiben Wirtschaftsberichterstattung neigt da vielleicht eher dazu oder da bietet es sich vielleicht eher an aber mir wurscht und wenn KI eines Tages sagt hey Philipp ich will deinen Platz ich will gib mir deinen Schreibtisch gib mir deinen Kaffeebecher aber da steht Philipp drauf egal KI steht jetzt drauf sieh 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 und wenn mich dann KI so von bei der Kaffeemaschine wegschubst dann mache ich eben was anderes dann mache ich eben dann kommen wir glaube ich zurück zu der Zeit wo ich dann so mit einem wenn so ein Freak in seinem Keller steht und mit einer Handpresse so eigene kleine Feuilletons druckt und sagt hier eine Auflage von 10 aber bitte kaufen sie mir ab und dann stehe ich so irgendwie am Bahnhof oder hier auf dem Viktualienmarkt und sage bitte ich war gestern im Theater möchten die nicht lesen was ich dazu denke und da bin ich glaube ich ich bin so Print Fan ich mache Print bis zum Ende ich bin so der Typ der als Kapitän vom Print Schiff weg geht und als letzter da steht und am Mast steht und Print und ich rufe ich als Seidel war unser Steuermann ja aushielt er bis er das Ufer gewann ja ganz großartig Theodor Fontane äh Liebig ja und ähm äh John Maynard und das würde man auch eines Tages bei mir so sagen wenn ja wenn ich so die letzte Print die letzte Print in den Händen halte und sage, hier, die letzte Zeitung. Und dann gehen wir unter. Aber das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ich sehe das bei mir. Ich habe ein, zwei Zeitungen digital abonniert und kaufe trotzdem, wann immer es geht, das Ding nochmal am Kiosk, weil ich es einfach hundertmal lieber lese. Und da sind wir wieder bei guten Texten, weil ich gute Texte einfach lieber auf einem Papier habe als auf dem Bildschirm. Herzlose Scheiße am Bildschirm. Mit einem Spiegel unterm Arm ist man ja auch einfach ein Mensch von Kultur. Mit einem iPad unterm Arm sieht man einfach nur affig aus. Ja, oder wie jemand, der gleich dann irgendwas Schlimmes guckt. Einen Actionfilm mit dem ICE neben einem guckt. Mit dem Spiegel und dann noch mit einigen Notizen am Rande ist das alles bestens. Oh, da muss ich mal den Johannes anrufen. Der hat ja einen Schabernack geschrieben, der Kleine. Der Schelm, der Schalk. Wobei für seinen Schabernack ist ja mehr der Klaus bekannt, der Herr Relotius. Aber ja, klar, sie hat, ja, aber gut, der ist jetzt, glaube ich, ja weg. Ja, macht sein Comeback. Schrub ein Buch darüber, wie es so war, hoch zu stapeln und tief zu fallen. Das, ja, das hat, ja, Tom Kummer auch noch gemacht damals. Und es war vor deiner Zeit. Ich glaube, es war vor deiner Zeit. Ich glaube, es war, nee, knapp. Nee, da warst du, glaube ich, schon da. 25 Jahre warst du schon gerade da, glaube ich. Sharon Stone, glaube ich, war das Interview, das ihn zu Fall brachte. Ja, vielleicht schreibe ich da mal was, wie KI mich, wie es war, von KI besiegt. Nein, wie es war, KI zu besiegen. Vielleicht besiege ich auch KI. Wie ein Mann mit einem Eimer Druckertinte den Supercomputer der KI zerstörte. Ja, genau. Aber wie ich einfach 10 Liter Farbdruckerfarbe zu Jahren in den Supercomputer goss und die KI auf alle Zeiten zum Schweigen brachte. Gewiss, du liest schneller als ich. Aber was machst du jetzt? Was sagst du nun, KI? Nein, also ich bin tatsächlich ein totaler Printfetischist und das wird, glaube ich, auch bis an mein Selig Grab so bleiben. Und, Gott, ich kling schon wie Thomas Gottschalk, ne? Ich mache noch 20 Sendungen, wir hätten das. Die Leute wollen mich. Und wie gesagt, ich glaube, dass bei uns gerade in der Kultur, wo es um Meinungsgeschichten geht und auch vor Ort sein, ganz viel einfach bleibt. Wenn Philipp Seidel in seiner Zeitung nicht mehr reden kann, wie bei sich zu Hause auf dem Sofa, dann ist es auch einfach Zeit zu gehen. Absolut. Naja, wobei ich verstehe die Printfaszination. Ich habe für mich entdeckt, wieder von Hand Notizen zu schreiben. Also ich schreibe trotzdem den Großteil meiner Notizen digital. Aber es hat einen unschätzbaren Kulturwert und man fühlt sich natürlich auch wahnsinnig überlegen, den A5-Hefter rauszuholen, das Gummi aufzuschnappen, den Kugelschreiber aufzuschnippen und dann ein paar Zeilen aufs Papier zu legen. Ich nehme an, das geht dir ähnlich. Ich wäre überrascht, wenn Printverteidiger Judge Seidel seine Notizen alle ins iPhone diktiert. Nein, nein, das nicht. Aber ich habe allerdings gesehen, dass es geht, was ich ja schon ganz faszinierend fand. Bei einem Spaziergang durch Münchens Parkanlagen mit einem Freund sah ich, wir wollten, glaube ich, beide eine Kurznachricht schreiben und er hat das einfach in zwei Sekunden reingequatscht und weggeschickt und, wie hast du das so schnell gemacht, wenn ich da mit meinem einen Finger auf dieser Tastatur rumdrückte und er sagt, ja, diktier doch mal. Das habe ich nicht. Und dann sah es verglichen wie unsere eigentlich baugleichen Telefone. Hä? Und dann fanden wir heraus, ah, du hast dieses Dingsbums nicht angeklickt und seitdem weiß ich, dass es geht. Und jetzt weiß ich auch, wie es geht. Aber in der Tat, nein. Aber halt, ich bin natürlich, da ich als Proud-Team-Member auf Sprechkabine auch ein paar Verpflichtungen habe, ich habe auch ein paar Notizen tatsächlich digital, aber es macht mir mehr Spaß, das von Hand zu tun. Sie sind ja auch mit der Zeit einfach stressig, wenn man nur mal ein paar Schritte im Park geht und die ganze Zeit landen die Brieftauben, um dir etwas zuzustellen. Ja, oh, Timo hat wieder geschickt. Zeigen Sie mal her. Da muss man sie wieder neu verknoten. Ich hatte die Tage das Vergnügen, in Brügge zu sein und Brügge hat unter anderem ein altes Gerichtsgebäude von irgendwann aus dem späten Mittelalter und dieses Gerichtsgebäude hat vier Türme und in den Türmen, da waren die Taubenschläge, damit Brügge die neuesten Gerichtssprüche, die dort im Gericht erlassen wurden, ins ganze Land mit Brieftauben vermelden konnte. Und erst dachte ich, ach, schau an. Und dann dachte ich, das heißt, das Gericht hat also über Jahrhunderte die ganze Zeit nach Taubenkot gerochen. Ja, aber dann weißt du, dass sie noch da sind. Das ist auch gut. Oh, frischer Kot. Vielleicht gibt es noch Nachrichten. Oder sie haben noch kurz sich erleichtert, bevor sie dann den weiten Weg angetreten haben, um nicht so viel Gewicht mitzuschleppen. Ich muss noch sagen, den Ausbildungsberuf Brieftaube würde ich nicht bestehen. Ich habe lange gebraucht, das Gebäude dann wieder zu finden. Und also auf dem Satellitenbild aus der Luft. Also es hat keine große Taube auf den Innenhof gemalt, dass die Tauben wissen, dass sie da hinfliegen müssen oder so. Ja, kein Tee für Taubenlandeplatz. Kein großes Tee, dass man es leichter sieht. Ja. Nochmal zum Seitenfüllen. Mark Twain hat geschrieben, dass er leider keine Zeit hatte, einen kurzen Brief zu schreiben. Deswegen schreibt er einen langen. Und wie ist das bei dir? Ich nehme an, du wirst aufwachen und wissen, so und so viele Zeichen müssen heute gesetzt werden. Ansonsten sieht der Druckrohling so nackt aus. Und fängt der Text an von lang und wird kurz? Oder hat man mittlerweile die Routine, dass man direkt anfängt, kompakt zu schreiben und ein Gefühl dafür hat, da passen noch drei Sätze rein und dann ist aber auch Schicht im Schacht? Ja, nach 30 Jahren ist da eine gewisse Routine da. Obwohl ich mich immer mal wieder verfranse. Das ist ... Also natürlich, man kann das inzwischen einschätzen. Am Anfang war ich aber auch sehr viel verplapperter. Also wenn ich jetzt so die Texte, auch die Zeitung allgemein in den 90ern vergleiche mit dem, was heute da ist. Damals war die Zeitung ja viel, viel dicker. Und man hatte wahnsinnig viel Platz. Und Artikel waren alle wahnsinnig lang und nicht gut. Sondern die waren oft einfach nur mäßig redigiert. Das war ja auch bei mir genauso. Wir hatten einfach viel mehr Platz. Und lange Artikel gleich gute Artikel und so. Das lernte man dann aber später unterscheiden. Und spätestens, wenn man seinen Wolf Schneider, fast das Gesamtwerk durchgeforstet hatte, durchgearbeitet hatte, dann war einfach klar. Und dann noch studiert hat, erst mal schlimme Wissenschaftstexte durchlitten hat. Und dann aber auch in Psychologie gelernt hat, nee, mach mal lieber so, dass die Leute es verstehen. Und dann fängt man automatisch an, natürlich kürzer und prägnanter zu schreiben. Dazu kam dann noch die Abendzeitungsschule, die nochmal als Boulevardzeitung einfach eine sehr gute Schule war, wenn es darum geht, schneller Einstieg. Nicht so fünf Absätze brauchen, bis du zum Punkt kommst und so. Sondern, ja, komm gleich mal, mach mal gleich ein bisschen Geschwindigkeit. Und das ist gut. Das ist eine gute Schule. Also das ist ja letztlich das, was auch dieses Internet dann auszeichnet. Da kannst du ja auch nicht langweilige Videos. Also, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, die sich ereignet hat einmal. Ich bereite mich jetzt damit vor. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt mit einem Tee und bereite, ja, sehen wir im ersten Bild. Danke, passt, passt. Erzähl, komm zum Punkt. Auch das wird sein Publikum finden. Aber vermutlich nicht das Publikum, das man damit anziehen möchte. Nein, vermutlich nicht. Und auch kein Publikum, das besonders helle ist. Also, wenn man sich solche Sachen ansieht, dann sollte man wissen, das ist doch schlechte Videoqualität. Und Boulevardmedien, die man sicherlich auch kritisch Sachen hinterherwerfen kann, also Kritik hinterherwerfen kann, aber sie haben natürlich ein paar Sachen gut gemacht. Und das ist einfach der Umgang mit Sprache. Das ist, verschwende einfach keine Sprache für alberne Worte, verbrate keine Absätze, in denen nichts steht, außer Gedöns und komm zum Punkt. Und das knackige Schreiben ist eine Sache, die man bei den Boulevardmedien sicherlich lernen kann. Einer der Texte, der mir den größten Knoten in Zirn gesetzt hat, war von Jürgen Habermas, ironischerweise zum Thema Verständlichkeit. Ja. Der war in einer Form geschrieben, dass man daran noch Jahre zehren konnte, aber weit weg von verständlich. Ja. Ich lerne es mal ein Buch über die Schönheit auch von Sprache, die Schönheit von Sprache. Und ich habe es nach 20 Seiten dann weggelegt, weil es einfach unerträglich war. Ja, es gibt einfach auch nicht gute Sachen. Und deswegen immer Wolf Schneider lesen. Wolf Schneider ist, glaube ich, was das klare Schreiben angeht, eine sehr gute Sache. Und immer Polizeiwaltung redigieren. Auch das musst du nicht machen. Ich habe in der Lokalzeit aber natürlich wahnsinnig viele Polizeiwaltung redigieren müssen. Und da lernst du tatsächlich auch klar schreiben und klar sprechen und normale Sprache so benutzen, dass Leute es verstehen und nicht irgendwelche Amtsdeutschgeschichten. Ja. Und das war eine gute Übung. Klingt heute ein bisschen dörflich, aber es war eine gute Übung, das ein paar Jahre lang zu machen. Immer wieder, immer wieder. Und immer, oh, schau, ja, da hier. Das ist kein guter erster Satz. Mach mal hier einen guten ersten Satz draus. Heute wahrscheinlich undenkbar. Und das wird wahrscheinlich auch eine Sache sein, wo KI dann irgendwann sagt, nee, pass mal auf, mach ich schon. Philipp, geh du mal einen Kaffee trinken. Ich mach das schon mit der Polizeiermeldung. Hier das geklaute Fahrrad. Kein Problem. Ja, danke, KI. Nimmst du Milch hinein? Ja. Muss ich denn für die KI diesen Kaffee mitbringen oder was? Sind wir schon soweit? Oh je. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass für, ich habe diesen Text geschrieben, KI, gib mir doch mal zehn einleitende Sätze, dass auch das etwas sein kann, was die Begeisterung vieler Journalisten so sehr abholt, dass dann die Textoptimierung wieder etwas ist, was mit dem Computer in Kooperation gemacht wird, so wie es mittlerweile natürlich ist, das Rechtschreibprogramm draufschauen zu lassen. Aber ja, ich freue mich über den handwerklichen Aspekt, den du verteidigst. Total, verteidige ich total. Ich weiß, es gibt gerade eine totale, so eine KI-Besoffenheit. Das ist schrecklich. Ja, ich weiß auch nicht, ernsthaft. Ich fühle mich da, aber dass ich das vielleicht auch so ein leichtes Diva-Gehabe, ich finde wirklich, das ist auch ein Handwerk und wirklich ein Handwerk. Und dazu gehört es auch ein bisschen Kunst. Das ist auch ein bisschen Kunst, wirklich so ein Artikel so zu schreiben, dass die Leute sagen, Mensch, das war jetzt allein schon das Lesen hat Freude gemacht, weil die Sprache toll war, weil der Rhythmus toll war. Ich bin natürlich auch so Max Gold und Douglas Adams und so geschult. Das waren so die Sachen, die meinen Stil, den ihr alle kennt, den ihr alle kennt und liebt. Danke, danke. Danke, ich sehe mich jetzt gerade hier vor Stadien sprechen und die meinen Stil total so geprägt haben. Und denen möchte ich immer weiter nacheifern. Und das ist einfach Kunst. Ja, da gehört auch Kunst tatsächlich. Und die will ich auch pflegen. Und diese Eitelkeit, diese Arroganz und die ganze Divenhaftigkeit, die gönne ich mir. Und wenn das nicht mehr geht, dann gehe ich eben weinen. Mir doch egal. Viele Kritiker der Menschen sagen, dass das Verlassen des Baumes und der aufrechte Gang ein großer Fehler waren. Andere hingegen sagen, selbst auf dem Baum war man bereits auf dem Holzweg. Sehr gut, ja. So fing es an. Ja, wir sind schon viel zu weit gegangen. Wir sind schon viel zu weit. Um Douglas Adams hier mit reinzureden. Das ist ja so eine der Sachen, die mich immer wieder begeistert und irritiert. Wenn du dir mal anschaust, in welchen Bereichen gibt es absolute Wunderkinder und Überflieger und in welchen Bereichen nicht. Also es gibt den Zwölfjährigen, der jetzt Physik studiert, weil die Menge Physikformel, die es braucht, um ein Physikstudium zu beginnen, ist sehr endlich und sehr fassbar. Also sie ist komplex und es ist eine gigantische Leistung, dass manche Leute so eine Ausnahmebegabung haben. Aber es ist in deutlich weniger Zeit leistbarer. Also warum haben wir keine Prodigies, keine absoluten Wunderkinder in der Philosophie? Warum gibt es nicht den Achtjährigen Überphilosophen, so wie es den Achtjährigen Übermathematiker gibt? Und warum gibt es nicht den 13-jährigen Kulturjournalist, der den die ganze Welt anschaut und sich fragt, wie macht er das? Und ich glaube, da ist einer der wenigen Tricks, der Kultur und Philosophie, also Kultur und auch Kulturschaffen und Kulturbericht davor rettet, ist, dass man wahnsinnig viel erstmal in sich aufgenommen haben muss, um daraus dann den Remix zu machen, den die Leute hören wollen. Ja. Dass da Zeit wieder ein Vorteil wird. Absolut. Das ist eine der Sachen, um die ich Leute immer beneidet habe. Also wie gesagt, ich höre ja die Sprechkabine jetzt irgendwo seit 2015, also schon viele Jahre. Und war zu dem Zeitpunkt halt selbst 15, 16 Jahre alt. Und da dachte ich mir mal, wie kann es nur sein, dass zwei Menschen in sich so viele witzige Geschichten vereinen und ich nicht? Also als ich angefangen habe, Podcasts zu entdecken, habe ich die Menschen beneidet, die so aus dem Stegreif eine Anekdote einwerfen konnten oder einen Schwank erzählt haben, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass es die Kompetenz, die die von mir unterscheidet, sind 20, 30 Jahre mehr Lebenserfahrung. Absolut. Ja, das ist wirklich so. Das ist genau der, ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, dass vieles gesehen haben, vieles gelesen haben, vielleicht ein paar Dinge schon im Herzen und im Hirn bewegt haben. Er macht das, glaube ich, ganz, ganz viel aus. Und genau diese Anekdoten, das habe ich auch, ging mir auch so. Als ich nach Bayern kam, kam ich zu älteren Kollegen und die haben auch schon so ganz kunstvolle, ganze Abendgesellschaften unterhalten am Tisch. Und ich so, also ich kann mal erzählen, wie der Oldenburger Brunnen aussieht. Die haben also einen Marktplatz. Aber es gab noch nichts Lustiges zu erzählen. Weil man auch manche Sachen noch nicht lustig, als das Lustige noch nicht erkannt hat und so weiter. Und ja, deswegen Lebenserfahrung ist tatsächlich eine ganz wichtige Sache. Und das wird KI nicht. KI kann das nicht. Nicht so schön. Ja, das ist ja so eine der Sachen, mit der ich mich versuche, selbst ein bisschen anzuschieben, rauszugehen in die Welt und Dinge zu erleben. Dass selbst die Dinge, die nicht gut laufen, mit etwas Abstand dann auch wieder gute Geschichten werden können. Ich nehme an, das ist auch so etwas, womit man, wenn man in den Journalismus einsteigt, sich über Wasser hält und sich selbst gut zuredet, wenn die ersten Monate und Jahre noch nicht das abgeworfen haben, weshalb man anfängt. Und man ist noch nicht der gefeierte Star-Journalist, dass man sich denkt, auch das wird irgendwann etwas sein, worauf man zurückblickt und was einen erzählerischen Mehrwert für die Leserschaft hat. Weißt du, Ali, ich erinnere mich kaum an die Zeit vor der großen Jubel-Arie, die mich seitdem, ach, der Jubelsturm, der mich seitdem begleitet. Ich dachte, es wäre Tinnitus, es war aber nur der Jubel der Fans, die sagen, Philipp, du bist schon unser Starschreiber, du bist schon der, dem wir nacheifern. Du bist, ja, du, ich kann nicht, mein Star-Dings hält sich nur wirklich sehr eng. Aber ich hoffe, dass ich das Handwerk einigermaßen gut beherrsche. Und natürlich haben wir, jeder hat total viel Mist gebaut in der Anfangszeit. Diese wilde Zeit, diese erste Zeit ist ein reines Tasten. Da kommen wir wieder zum, die ersten Schritte im Lokal machen, das erste Mal in so einer Stadtratssitzung sitzen. Wem begrüße ich jetzt überhaupt? Begrüße ich jetzt? Gehe ich jetzt ernsthaft zum Oberbürgermeister und sage Hallo zu dem oder winke ich rüber? Reicht eine einfache Verbeugung? Ja, muss ich ihm die Schuh küssen? Wie geht das denn jetzt, den Siegelring, wie geht denn das jetzt eigentlich? Und wenn er mir den nicht hinhält, greife ich dann einfach seine Hand, ziehe sie zu mir her? Ich meine, Hallo, kann ich ja mal sagen. Das war, also das sind so Dinge, natürlich, weil ich habe auch Artikel total Mist, ich war auf einem Termin und habe den Referenten einen Geistlichen inzwischen nicht mehr auf unter uns weilenden Menschen, den habe ich falsch verstanden. Ich dachte, der hat so ein, wie gesagt, ein Geistlicher, der hat über Religionsthemen gesprochen und ich dachte, der redet so locker und so, klingt alles total nah und verstehe ich, total weltlich, super Typ und habe da so einen sehr überschwänglichen Titel über diesen Artikel gemacht, weil ich dachte, das ist ja total coole Socke und das ist ja alles, die Kirche ist ja gar nicht so streng, wie ich dachte und so, blablabla. Und dann kam ich am nächsten Morgen in die Redaktion, die Zeitung war draußen und auf meinem Schreibtisch lag eine, ich glaube, dreiseitige, handgeschriebenes Fax von diesem Referenten, der gesagt hat, lieber Seidel, vielen Dank für Ihren Bericht, aber das war ja nun, also ich kriege ständig Anrufe von meinen Kollegen aus anderen Bistümern und sonst woher, das ist jetzt, also nein, das ist, was haben Sie denn da geschrieben, haben Sie mich einfach ganz schön falsch verstanden und sowas passiert. In der ersten Zeit passieren solche Dinge, deswegen ist es auch gut, das erstmal in einem kleinen Publikum gewissermaßen zu probieren, weil, nee gut, wir sind, das ist eben das Ding, wir sind alle Menschen und je nachdem, wie eng die Betreuung in der Zeit ist oder wie lange du quasi nur mitlaufen kannst, bevor du dein eigener Artikel und alleine Titel oder alleine Termine machst, das ist jetzt so mehr passieren noch Fehler und ich hoffe, dass die relativ bald aufgehört haben in diesem Umfang, aber ja, es ist ja alles recht komplex und gerade im lokalen Journalismus, wo du, wieder keine Kultur, du meine Leid, aber da, wo ganz viele Sachen einfach so Fachsachen sind, du bist halt heute im Sozialausschuss und morgen bist du im Wirtschaftsausschuss und danach im Verkehrsbetriebsausschuss und du musst das irgendwie alles, du lernst ja wahnsinnig viele Sachen in ganz kurzer Zeit und wenn du auch schon mal in so einer Sitzung warst, dann weißt du, wie es da auch fachlich zur Sache geht und die Fachsprache, die wurde erstmal gesagt, was meint die denn jetzt, was meint die denn jetzt damit und das kommt in jungen Jahren, wenn du das alles zum ersten Mal hörst, das überwältigt einen natürlich, aber das muss man dann irgendwie immer wieder machen und dann geht's. Ich saß gerade vor dem Effekt, dass ich mir dachte, als du sagtest, ein Geistlicher, jetzt weilt er nicht mehr unter uns, mein erster Impuls war, jetzt weilt er über uns, aber, gewissermaßen, Ja, auch das nehme ich an, ist so ein bisschen ein Risiko zwischen, man möchte unterhaltsam sein, aber man möchte den Leuten nicht mit einem falsch verstanden, humorvollen Spruch auf die Füße treten. Also, ich nehme an, das wäre so meine größte Gefahr zwischen, ich möchte nichts Trockenes produzieren und trotzdem möchte ich den Leuten eine gewisse Pietät und Ernsthaftigkeit entgegenbringen. Ja, Humor überträgt sich ja auch schon in gesprochenem Wort schlecht, in geschriebenem ist es noch heikler. Absolut. Ganz, ganz schlimm, also auf gar keinen Fall Ironie und sowas, das geht fast immer schief. Gedruckt ist es wirklich schwierig gedruckt, kannst du eigentlich nur, ja, ganz feinen Witz verbreiten, aber so richtig knallharte Ironie an Orten vor allen Dingen, wo die Leute es nicht erwarten, ist schwierig. Also, es gibt dann fast immer einen großen Teil der Leute, die das nicht verstehen und die dann, die sich dann irgendwie melden und, und, ja, wie viel Missverständnis es gibt, das siehst du ja schon, wenn du Kommentare unter Social Media Blablas anguckst, irgendeiner fängt dann an mit einem ironischen Kommentar, das erkennt man schon irgendwie als ironischen Kommentar, aber der nächste kapiert nicht, die Ironie und reagiert dann voll scharf auf diesen vermeintlichen, auf diese vermeintliche Unverschämtheit und das ist ganz schwierig und deswegen Ironie in der Zeit, also in gedruckten Medien schwierig. Ja, ich möchte zur Kommentarkultur anmerken, die Kommentare, die meine Sendungen bekommen, davon sind 99 Prozent unfassbar freundlich, produktiv, weiterführend, hilfreich, bringen kleine Fehler, die ich gemacht habe, auf, sodass ich sie korrigiere und ungefähr ein Prozent ist so dermaßen verrückt, ich werde aber nicht verraten, welches Prozent, dass es auch wieder tierisch unterhaltsam ist. Also, die wissen gar nicht, dass ich mich manchmal mehr über die Verrückten freue, als über die, die hier hilfreich die Sendung weitertragen. Ja gut, aber das ist doch ein super Schnitt, oder nicht? Also, wenn die meisten das machen, bei mir geht es auch so, also ich habe tatsächlich erstaunlich wenig, also gut, ich bin ja in diesem Business, in diesem Online-Business noch ein Jungspund und bisher, noch tatsächlich keinen Hass erfahren und den auch tatsächlich als Printschreiber noch nicht, aber das kommt bestimmt irgendwann, ab einer gewissen Größe wahrscheinlich. Ich denke, jetzt nach der Sendung werden dir ein paar Fans den Vorgarten verwüsten und ja, das gehört dazu, zum Erfolg. Ja gut, das müssen wir leben. Lass dich schwer auf meinen Schultern, aber irgendwer muss es ja machen. Irgendjemand muss mich beladen und wenn du das machst, okay, dann weiß ich Bescheid und mit dem Ruhm wird dann Taylor Swift morgen anrufen und sagen, Philipp, magst du nicht ein Duett mit mir singen und ich sage, nein, aber ich könnte vielleicht dem, keine Ahnung, Ruhmkreisel bedienen und dann machen wir das so. Hallo Taylor, ja, gib mir deine Müde, deine Masse, ich, gebt mir eure erschöpften Körper, ich trage das für euch, das ist keine Bühne zu groß, kein Publikum zu laut, ja, dann würde ich mich an dieser Stelle erstmal sehr für mittlerweile zwei Stunden, die wir heute schon miteinander schnacken, bedanken. Oh schon. Ja, 90 Minuten Sendung und wir hatten ja ein bisschen im Vorfeld noch, das hat mich wirklich sehr gefreut, es war ein wilder Ritt auf dem Eichhörnchen, komplett vorbei am Kulturjournalismus. Das tut mir auch, wir können das mal wiederholen, ich bereite mich dann ganz doll vor, ich hatte mir tatsächlich Angst, dass du jetzt irgendwie über Opern reden willst zum Beispiel und ich dann irgendwie sage, ja, und dann kannst du sagen, ich kann eine Ausführung machen zu Opern und dann sagst du, oh, deine Meinung deckt sich ja exakt mit Wikipedia und dann sage ich, ja. Herr Seidel, die Entwicklung der Arie seit der Spätbarock, das ist ja etwas, was uns alle und vor allem die Hörerschaft umtreibt und gut, dass wir sie hier haben, um dem Fachpublikum nochmal ein paar neue Nuancen mitzugeben. Ja, da wird meines Erachtens viel zu selten drüber geredet, das geht in diesem populären Wischiwaschi oft unter und ich möchte, danke, dass sie mir jetzt die Bühne geben, dass ich, wie sie sagt, mir glaube ich zwei Stunden zu, ohne Unterbrechung, die ich gerne nutze, um das Wichtigste meiner Gedanken zum Thema Entwicklung der Arie seit der Barockzeit kurz zusammenzufassen. Nein, genau das will ich ja nicht, aber schade, wenn du noch Nachfragen hast, dann können wir das auch so irgendwie über so einen Sprechmitteilungsdialog machen. So ein Kabinensprech. Ja, wenn wir was reinschneiden, irgendwelche wichtigen Sachen vielleicht, dass noch so ein bisschen was Geistvolles kommt. Entschuldige, nochmal das Kohlefasermikrofon raus und dann sage ich mit allem entsprechend Rauschen und Knacken ein, der Journalismus in Deutschland. Ja, sowas. Ja, ich hoffe, dass es nicht die wenigen Edelfedern. Ja, oh Gott. Es ist, nein, die Sache ist, ich wollte jetzt aber nicht eine komplette Sendung in den Abgrund reißen. Ich hoffe, du sagst mir, gib mir irgendwelche Stichworte, dass ich nur irgendwas retten kann. Aber ich glaube, ich kann nichts retten. Ich finde es großartig und ich bin ja hier ausgezogen in die weite Welt, um nicht den Podcast zu machen, den die Massen möchten, sondern den Podcast, den ich nicht finden konnte. Und dann habe ich festgestellt, als begeisterter Podcast-Hörer, das, was mir am meisten fehlt, ist nicht nur zu hören, sondern mit den Leuten zu reden und zu fragen, Summer, hakt's? Und deswegen rede ich mit den Leuten ja jetzt einfach selbst. Und das ist das Schöne, wenn man, also, sich seine Gäste so raus, ui. War ich das? Nein, das warst du. Nein, nein, es ist, Thor stimmt uns zu. Es entlädt sich, elektrische Ladung im Himmel. Thor sagt, Alter, jetzt hört mal auf, mit dem Gequatsch. Mein Gewitter geht ganz unter. Ja. Dieses Gesammeln macht mein Gewitter kaputt. Starke Stürme aus Nord-Nordwest. Oh ja, du, das sagst du was nicht. Ich komme aus der Torfrock-Gegend fast. Deswegen ist das, das war bei mir quasi Soundtrack meiner Jugend. Oh, das Kesselt. Ja. Also, ich glaube, da haben wir unser Thema gefunden. Wir müssen irgendwann mal Werner das große Besprechen machen. Ja. Würde ich echt gerne machen. Ich hatte das, den, das große Vergnügen, die Werner-Comic-Hefte vor den Filmen in den Händen zu haben und nicht zu wissen, dass es Filme davon gibt. Und irgendwann erzählte ich so arglos darüber, dass halt zu meiner Jugend gehörte, dass, meine Eltern hatten in dem Bücherregal, in dem so die ganzen hochwertigen Bücher stehen, unten ein Abteil, wo die unegalen Kinder Finger hinkonnten, da standen die Asterix-Hefte und natürlich der Werner. Und dementsprechend war das für mich sehr kulturprägend. Da hat sich dann festgestellt, es gibt mehr Menschen als mich, die Werner kennen. Das war wirklich ein Aha und Oho. Ja, das ist gut. Ja. Man redet viel zu selten darüber. Werner war, glaube ich, damals noch natürlich eine Riesensache, weil das ja in der Zeit vor dem Privatfernsehen war das ja quasi unsere wilde Seite. Ja, und das war, da konnten wir uns dann so austoben. Und deswegen, nein, nein, da gibt es ja eine, du bist ja ein glücklicher, wirklich ein glücklicher, wenn du erst die Bücher kennengelernt hast. Ja, also wir können uns gerne nochmal zusammensetzen und die große Werner-Revue machen, also den Feuilleton, den Werner verdient hätte. Ja, aber auch Werner gehört ins Feuilleton natürlich. Das ist ja auch, das ist das, genau das unilitäre Feuilleton, das wir haben wollen. Ich habe über das Bürgerhaus in Kiel, deren Rathaus, den Wikipedia-Artikel mitgestaltet und unter anderem schrieb ich dort über eine Werner-Kulturausstellung, wo sie nämlich das, also das echte Moped von Brösel ausgestellt hatten, das mit dem Schaufelsitz. Und ja, also das ist mir ein Thema, zu dem ich des Nächsten, wenn die Unruhe einen an die Tasten treibt, im Internet Texte verfasst habe, damit in tausenden Jahren Internetarchäologen sich fragen, das Kulturhaus in Kiel, was war da nur? Ja, schön. Ja, halt Dinge, die man so tut, wenn man, wenn man Dinge loswerden möchte, aber. Wenn es einfach raus muss und irgendwo muss es hin, dann mache ich es auf die Kiel-Seite, kein Problem. Irgendwo muss es kesseln. Ja, Und du wirst deinen Beitrag dazu leisten, das ist gut. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu quatschen und vor allem, dass es auch diese ernste Unernsthaftigkeit hat. Also als Sprechkabine-Fan hatte ich dir auch bereits in der Anfrage geschrieben, dass ich sehr schätze, wie sehr ihr zu Themen improvisiert. Und ich glaube, das ist uns durchaus auch gelungen. Also das ist ja hier, ich muss die ganze Zeit das Rascheln unterdrücken, aber ich habe dir 27 Seiten Manuskript geschickt und wir sind jetzt fast am Ende und ich habe hier alles angetextmarkert, was ich lauter und betonter sagen muss, damit auch klar ist, dass das ein Witz ist. Und da muss ich wirklich sagen, also sprechen kann der Herr Seidel wie eine Eins, hat sich komplett an alle Drehanweisungen gehalten. Ja. Es ist fast nicht aufgefallen. Lockerflockig ist mir auch wichtig, lieber Ali. Das hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns hier getroffen haben zu einem Gespräch. Wir haben das sehr locker über die Bühne gehen lassen und was man wirklich gut sagen kann, wir kennen uns ja noch gar nicht. Also wir können uns von einem hin und her schreiben. Also was die Leute nicht wissen, wir wurden ja von langer Hand gecastet, weil wir gesagt haben, hier junge Zielgruppe und bring den Seidel mal an die TikTok Generation und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn es schon wieder sein muss, habe ich mir ein paar coole Worte drauf geschafft, wie Rezipieren und dann mir einen Kulturdialog hier geschrieben und ja, dann Gott sei Dank hat das in der Generalprobe schon funktioniert. Gott sei Dank. Dann nehmen wir die doch gleich. Ja, denke ich auch. Nee, das hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu senden. Gerne wieder. Und ich meine, das hat ja wirklich butterweich, reibungslos, auch mit dem Studio-Link funktioniert. Ja, technisch kannst du mir nichts. Also da bin ich ganz, hättest du Fragen gehabt, hättest du mich anrufen können. Seit zehn Jahren hält sich ja hart nicht das Gericht, dem Seidel müsse man den Computer halten, aber nichts dergleichen. Nein, nein, komm, ich habe da noch ein paar Optimierungen vorgenommen gerade hier, habe ich gesehen, schon im Subtext. Schnell nochmal den Kernel neu kompiliert. Ja, das musste noch kurz sein, habe ich aber nebenbei gemacht. Ja, mit ein paar Klicks surfen auf der Datenautobahn, quer durch Multimedia. Sein Ruf eilt ihm voraus, das war Judge Philipp Seidel, ein Mann wie ein Eichhörnchen, der Kulturjournalist der Herzen. Danke Philipp für deine Zeit, es hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Freude, vielen Dank Ali. Und damit pausiere ich die Aufnahme. Ciao, ciao. Wenn dich die letzte Stunde unterhalten hat, dann denk doch gerne darüber nach, die Folge zu teilen. Und wenn es dir möglich ist, dann spende doch gerne eine Kleinigkeit. Podcasts wie dieser leben vom Publikum. Alle Wege, wie du unterstützen kannst, findest du in den Shownotes oder auf der Webseite unter dem Punkt Unterstützen. Danke an alle, die das bereits tun. Wir sind werbefrei aus Überzeugung. Genau, wenn ich gleich hier öffne, hier ist Philipp Seidel, sagst du einfach Nein. Das fängt ja schon mal gut an hier. Also nehmen Sie sich dann raus. Das wüsste ich aber. Sie verwechseln mich, ich bin der Milliarden-Erbe, der Industrie-Magnat. Ja, nein, ja, klar, wir können gerne mal loslegen und schauen, was passiert. Also ich freue mich, dabei zu sein und bin überrascht, dass die Technik hier funktioniert und alles ist gut. Ja, das ist butterweich. Dann starte ich einfach direkt mal in die Sendung. Dann starte ich mal in die Sendung.